Ein Wassermann funkt SOS Noch ein Schatz im Silbersee? Wahrscheinlich wurde ich wach, weil es so still war im Haus. Sonst wackeln Sonntagmorgens sämtliche Wände, wenn Martin und Renate ihre mittelstarken Erdbeben veranstalten. Aber an diesem Morgen herrschte absolute Stille. Komisch. Sonnenstrahlen kitzelten mich in der Nase. Ein Duftgemisch von Lindenblüten, Pferdemist und warmer Erde flutete ins Zimmer. Die Uhr auf dem Nachttisch war stehen geblieben. Nach dem Winkel, in dem die Sonnenstrahlen einfielen, musste es ungefähr neun sein. Ich stemmte mich im Bett hoch und schaute mit schiefem Hals aus dem Fenster. Auf der Stallweide grasten die Stuten, die frisch gefohlt hatten, und ließen sich von ihren verrückten Sprösslingen nichts stören. Vor dem Waldrand sah ich undeutlich die Umrisse eines Reiters. Wahrscheinlich war das Do, die eines der genesenden Tiere bewegte, denn ein paar von unseren Pferden, die sich böse erkältet hatten, mussten vorsichtig wieder an Anstrengungen gewöhnt werden. Der bunte Clown, der unten beim Bach umherhüpfte und sich nach Blumen bückte, war zweifellos Renate. Ich sah Hannes, unseren Lehrling, hinten bei den Einjährigen. Ich sah Titus, den Stallmeister, mit einer Schubkarre beim Futtersilo. Ich sah unsere neue Hofhündin, die idiotischerweise auf den Namen Resi hörte, neben den Stallungen auf Mäusejagd. Und ich schämte mich ein bisschen, dass ich noch immer verpennt im Bett lag. Wo Martin bloß steckte. Martin las Kalmai. Ich entdeckte ihn im Wohnzimmer hinter dem Sofa, als ich mir noch ziemlich schlaftrunken, lauwarmen Kaffee aus der riesigen Zwiebelmusterkanne einschenkte. Martin lag beuchlings auf dem Teppich und war derart weggetreten, dass er es wahrscheinlich nicht mal gemerkt hätte, wenn ein Rudel Nilpferde über ihn weggestampft wäre. Was liest du denn da? fragte ich. Er schrak zusammen, als hätte er gerade einen Comanschenpfeil in den Hintern gekriegt. Was, 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 was? Was das hindische Bleichgesicht da liest, habe ich gefragt. Ich? Ich? Och, ich lese so ein bisschen Im Schatz im Silbersee rum. Wieso? Andere Kinder wünschen ihrem alten Vater erstmal einen fröhlichen guten Morgen, gähnte ich verkatert. Andere Kinder sind ja auch doof, stellte mein Hilfswinnetou sachlich fest und rettete sich durch einen Hechtsprung über die Sofalehne vor meinem Tomahawk, das heißt vor meinem Pantoffel. Und dann wurde mir klar, warum er sich gerade dieses Buch rausgesucht hatte. Auf dem Tisch lag nämlich der aufgeschlagene Ortsteil unserer Samstagszeitung mit der riesengroßen Überschrift Ein Schatz im Waldsee? Wahrscheinlich hatte ich am Tag zuvor diesen Artikel einfach überblättert, aber Martin klärte mich im Formel-1-Tempo auf. Der Wirt vom Karpfenhof also, der hat ein uraltes Dokument auf seinem Speicher gefunden. Dass da wahrscheinlich so ein richtig toller Schatz auf dem Grund des Sees liegt, steht da in der Zeitung. Gold und Silber und so. Echt? Und dass da jetzt welche nach dem Schatz tauchen? Mann, das würde ich auch gern machen. Das wäre doch ein Ding. Vielleicht sind da sogar geheime Botschaften drin, was von Piratenschiffen und verborgenen Inseln und unterirdischen Gängen und so rätselhaften Figuren und so. Klar, grinste ich. Schatz im Silbersee. Komm, protestierte Martin. Du hast das ja früher auch gelesen. Und wenn's zehnmal kitschig ist, das ist verdammt spannend. Keine Frage, da hatte er recht. Ich kaute an einer Leberwurst-Schnitte herum und las den Zeitungsartikel mit einem Auge. Im Grunde stand da sehr wortreich nur das geschrieben, was Martin in einem Satz gesagt hatte. Dass mir dieser Schatz im Waldsee noch allerlei Kummer bereiten würde, ahnte ich in diesem Moment noch nicht. Wieso auch? Was sich dann abspielte, war ein astreiner Fall von Erpressung. Ich fragte Martin, ob er seinem alternden Vater nicht eine Kanne frischen Kaffee aufbrieren würde. Und er antwortete, wenn ich mit ihm zum Karpfenhof fahren würde, ließe sich das wahrscheinlich machen. Die Renate will übrigens auch mit, sagte Martin und verzog den Mund ein bisschen dabei. Wir haben nämlich schon über die Sache gesprochen. Warum musst du sonntags eigentlich immer so lange pennen? Kurz und gar nicht gut. Ich bekam meinen Kaffee. Renate hüpfte ins Haus und stellte Blumen auf den Tisch, die von Läusen nur so wimmelten. Martin hängte sich eine Leinentasche mit geheimnisvollen Utensilien um. Und ehe ich noch etwas sagen konnte, hockte ich schon hinter dem Steuer von Jonathan. Dem Urvater aller Porsche-Autos, der sich seltsamerweise noch immer nicht in all seine Bestandteile aufgelöst hatte. Martin und Renate kauerten auf den Notsitzen und kauten Gummibärchen. Das wird garantiert einer Riesenenttäuschung, sagte ich, als ich Jonathan die Spuren gab. Sagt hinterher bloß nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich würde es immer abwarten, säuselte Renate. Resi, die Münsterländerin, begleitete uns bis zur Straße und kläffte sich dabei fast die Lungen aus dem Hals. Das war ja auch ein starkes Stück, das wir wegfuhren und sie nicht mitnahmen. Aber dann entdeckte sie Do in der Ferne und hatte einen neuen Pflegefall. Resi fühlte sich nämlich für alles verantwortlich. Eine Seele von Hund. Lästig, aber lieb. Wir rollten durch sonnendurchflutete Buchenwälder vorbei an einem blühenden Hochmoor, quer durch ein Dorf mit Schützenfeststimmung veranstalteten Notbremsungen vor den ersten Betrunkenen, querten noch einen düsteren Nadelwald und hatten nach einer knappen halben Stunde das Hotel am Bleigrauensee erreicht. Im Uferschilf balkten sich Wildenten. Fern am anderen Ufer machten sich drei Gestalten an einem Boot zu schaffen. Der See lag eigenartig bewegungslos, still wie ein Grab, undurchsichtig trüb und träge schmatzend. Er mochte einen Durchmesser von etwa 500 Metern haben. Über der Tür des geweißten Ziegelbaus stand in schwarzen Großbuchstaben Karpfenhof. Das Haus war dreigeschossig. Hinter dem gehakten Parkplatz, auf dem am Mercedes- und sechs Mittelklassewagen standen, sah ich einen Schuppen, gegen den ein kleines Ruderboot gelehnt war. Aus dem Schiebedach eines Peugeot ragte die Rute einer Angel. Neben einem Taunus lagen drei rote Sauerstoffflaschen. Mückenschwärme tanzten in der Sonne. Käse, sagte Martin. Ich habe meine Badehose vergessen. Das Schild Baden verboten schien ihn offenbar nicht sonderlich zu stören. Auch nicht die Tatsache, dass das Wasser vermutlich eiskalt war. Die Juni-Wärme täuscht bei solchen Seen. Dann sahen wir plötzlich einen Wassermann. Renate erschrak so sehr, dass sie sich von hinten an meinem Hals festklammerte und mich mehr oder weniger erwirkte. Martin blies zischelnd die Luft aus. Ich muss gestehen, ich war auch ziemlich verdattert. Denn da tauchte ein schwarzer Gummikopf mit dicker Froschbrille aus dem Wasser auf. Ein Gummibauch folgte und dann stachste ein ganzer Gummimann schwerfällig ans Ufer und watschelte wie eine Superente auf das Wirtshaus zu. In der linken Hand hielt der Wassermann eine lange Stablampe, in der rechten eine Art Enterhaken. Der Kies knirschte unter seinen Schwimmflossen. Dann hatte er das Haus erreicht. Ich glaub, mein Goldfisch jodelt, hauchte Martin. Anscheinend hatte ihn der Taucher mächtig beeindruckt. Renate sagte, aber gefunden hat er den Schatz noch nicht, sonst wär der nicht so traurig gewatschelt. Wetten? Da müsste ich ja schön blöd sein, wenn ich mit dir wetten würde, grinste Martin herablassend. Aber wenn da tatsächlich einer einen Schatz im See findet, darf der den behalten? Ich wusste es nicht. Wann findet unser eins schon mal irgendwelche Schätze in irgendwelchen Seen? Ich sagte Martin, es käme vermutlich darauf an, wem der See gehörte und ob man vielleicht jemanden ausfindig machen könnte, der einen Rechtsanspruch hätte. Im Zweifelsfall bestimmt das Finanzamt. Na ja, sagte Martin. Dann verrät man es am besten nicht, wenn man den Schatz findet. Ich würde mir jedenfalls nichts anmerken lassen und mit dem Schatz verduften. Blendende Idee, sagte ich. Was meinst du, was der Mann vom Bütchen sich freut, wenn du deine Kaugummis mit Goldstücken bezahlst? Renate fand das nicht witzig. Ha ha, fauchte sie. Du wirst heute wohl unbedingt die Punkte für sprühenden Humor einkassieren, ja? Da dämmerte es mir plötzlich. Ich hatte es hier augenscheinlich mit zwei Schatzsuchern zu tun, denen der Wassermann eine lästige Konkurrenz war. Das konnte ja heiter werden. Als die beiden allerdings erkannten, dass es inzwischen ein ganzes Rudel von bestens ausgerüsteten Schatzsuchern gab, kriegten sie lange Gesichter. Als wir nämlich unseren Jonathan auf den Parkplatz kuschiert hatten, lasen wir das Pappschild am Fenster. Keine Zimmer mehr frei. Da ahnte ich es schon. Als wir in die niedrige und total verqualmte Gaststube traten, sahen wir sie da hocken. Wassermänner. Noch und noch Wassermänner. Acht Stück, flüsterte Renate. Ja, es waren acht. Am runden Tisch, neben der verkromten Theke, saßen vier, schlüften Tee, in den sie offenbar rumgeschüttet hatten, und tuschelten aufgeregt. Am Tisch vor dem Buntglasfenster, mit stilisierten Fischschwärmen, saßen drei, tranken ebenfalls Tee und redeten ebenfalls flüsternd miteinander. Dann gab es zwei leere Tische mit blau-rot karierten Leinendecken, und ganz hinten in der Ecke, unter den präparierten Riesenhechten, hatte ein einzelner Platz genommen. Es war der Wassermann, den wir draußen gesehen hatten. Er saugte nervös an einer Zigarette und kritzelte in einem Notizbuch herum. Ich machte gleichzeitig drei Entdeckungen. Nummer eins, einer der Wassermänner am Dreiertisch war eine Wasserfrau. Nummer zwei, hier waren ohne Zweifel drei rivalisierende Mannschaften im Raum, die sich gegenseitig belauerten. Eine Vierermannschaft, eine Dreiermannschaft und ein Ein-Mann-Team. Nummer drei, der stirnglatzige Vollbartmann mit blauer Schürze, der hinterm Tresen an einer zischelnden Kaffeemaschine herumwerkelte, als einziger unser Guten Morgen beantwortet hatte und offenbar der Wirt war. Dieser Mann hatte Angst. Die Taucher hatten die Reißverschlüsse ihrer Gummianzüge bis zum Bauchnabel runtergezogen, dass man ihre bunten Pullover sehen konnte. Vermutlich war das Wasser im See lausig kalt. Auf dem Fußboden türmten sich Taucherbrillen, Schnorchel, Atemgeräte, Ersatzflaschen, Schwimmflossen, Seilrollen, Messlatten, Scheinwerfer und allerlei Gerät, dessen Funktion ich nicht kannte. Dass die Schatzsuche bisher erfolglos verlaufen war, sah man an den verdrießlichen Gesichtern. Manche Leute haben eben zu viele Flausen im Kopf. Renate steuerte auf einen der freien Tische zu und erklärte, sie benötige jetzt dringend eine Cola. Aber ohne Eiswürfel. Ich hätte am liebsten ein großes Bier getrunken, aber ich musste ja noch Auto fahren. Also entschied ich mich auch für Cola, als der Wirt an unseren Tisch trat, nachdem er die Einermannschaft mit Kaffee bedient hatte. Einen Augenblick später hüpfte ein dralles Muttchen im Jeansrock mit Latz und weißer Bluse herein. Balancierte mit atemberaubender Einhandtechnik eine gigantische Platte mit Schinkenbroten zu den Männern am Vierertisch und kamen Sekunden danach mit einer Spiegeleierpfanne für die Frau und die zwei Männer angetrabt. Als sie mit kellertiefer Seemannsstimme, die gar nicht zu ihrem rosigen Gesicht passte, den einzelnen Mann fragte, ob er auch etwas zu essen haben möchte, wehrte er mit den Händen und Füßen so heftig ab, als ginge es um einen Vergiftungsversuch. Das Jeansmuttchen kam auch an unseren Tisch. Martin wollte ein Eis, Renate wollte Honigkuchen, ich wollte nichts. Cola mit Eis, sagte Renate zu Martin, gleich fängst du an zu kotzen. Cola mit Honigkuchen, echote Martin, gleich fängst du an zu kotzen. Jetzt wollte Renate wieder irgendwas Liebenswürdiges sagen, doch da erhoben sich plötzlich alle Tauchersleute wie auf Kommando, griffen hastig nach ihrem Krimskrams und polterten wie Fußballspieler nach der Halbzeitpause sozusagen wieder in die Kampfbahn, wobei sich die Mannschaften gegenseitig mit frostigen Blicken maßen. Auch der Wirt verließ hastig die Schankstube, die blaue Schürze hängte er über ein Rehgehörn. Die Frau räumte Tassen und Teller ab und summte dabei leise vor sich hin. Als Martin sie fragte, ob sie die Wirtin sei, zuckte sie zusammen, als wäre sie mit ihren Gedanken sehr weit weg gewesen. Dann kicherte sie. Wie man's nimmt, ich führe den Karpfenhof gemeinsam mit meinem Bruder, ist ja neuerdings ganz schön Betrieb hier. Wir haben alle acht Zimmer vermietet, zum ersten Mal seit Jahren wieder. Da klang eine Menge Sorge mit, auch ein bisschen Furcht. Anscheinend war die Frau sich nicht schlüssig, ob sie sich weiter mit uns unterhalten sollte oder ob sie in die Küche verschwinden sollte, wo ihr Bruder schon bei der Arbeit war. Das Scheppern von Töpfen und Pfannen war nicht zu überhören. Ich musste das Eisen schmieden, solange es heiß war. Denn natürlich brannten Renate und Martin darauf, das alte Dokument zu sehen, das vom Schatz im Waldsee berichtete. Zugegeben, ich war auch neugierig. Darum fragte ich schnell. Hatten sie denn bis jetzt nicht genug Gäste? Ich mein, wo ihr Hotel doch so idyllisch am See liegt. Die Frau zog sich einen Stuhl heran und setzte sich an unseren Tisch. Eine grünliche Fliege hatte sich im Knoten ihres grauen Haares verfangen und summt wütend. Ich half mit, den Brummern zu befreien. Sie lächelte dünn. Dieses Haus wird vom Pech verfolgt. Man lacht ja heutzutage über solche Dinge, ich weiß, aber manchmal denke ich, dass ein Fluch auf diesem Hause lastet. Der Wassermann, vielleicht seine Ruhe gestört. Sie hatte die Hände vor ihr Gesicht gelegt und brabbelte unverständlich vor sich hin. Wir waren ziemlich verwirrt. Renate schaute Martin an. Martin schaute mich an. Ich schaute Renate an. Die Wanduhr tiktakte asthmatisch, von draußen drangen undeutliche Kommandorufe herein. In der Küche klapperte jetzt Porzellan. Ich hab hier meine Kindheit verbracht, begann die Frau leise. Es war keine glückliche Kindheit. Das bisschen Landwirtschaft, das bisschen Fischen im See, das bisschen Lohnarbeit im Holz. Mein Vater war immer nur mit Wut im Bauch umgelaufen und geriet früh an den Suff. Eines Abends kam er nicht vom Fischen zurück. Seine Leiche ist nie gefunden worden. Ja, und meine beiden Brüder sind im Krieg getötet worden. Einer vor Stalingrad, der Jüngere irgendwo in Nordafrika. Dieser verdammte Krieg. Eine einzige Bombe ist in unserer Gegend gefallen. Vermutlich hat ein Flugzeug sie aus Versehen verloren, aber sie traf ausgerechnet unseren Karpfenhof. Bis auf die Grundmauern ist das Haus niedergebrannt. Mein Mann und ich, wir haben's dann mit vielen Schulden und Krediten wieder aufgebaut. Aber mein Mann lebte dann nicht mehr lange. Eine seltsame Krankheit. Jedenfalls zog mein Bruder dann zu mir ins Haus. Er hatte auch die Idee, ein Ferienhotel für Sportangler draus zu machen. Und das lief auch ganz gut, bis plötzlich vor vier, fünf Jahren die Fische verschwanden. Der See war leer. Aus. Schluss mit der Fischerei. Was wir auch versuchten, die Karpfen vermehrten sich nicht. Da gab's auch keine anderen Fische mehr. Nichts. Von da an blieben die Gäste aus. Ich fragte. Der See gehört Ihnen? Sie nickte. Er gehört zum Haus. Dann machte sie eine Bewegung, als wollte sie sich etwas aus dem Gesicht wischen. Wassermann, denken Sie nur nicht, ich glaube an solchen Spuk. Das war nur so dahergeredet. Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Sie müssen schon entschuldigen. Abrupt stand sie auf und hüpfte wie ein Gummiball in die Diele. Vielleicht spukt's hier wirklich, flüsterte Renate. Dass da auf einmal alle Fische weg sind. Du spinnst doch, sagte Martin, aber seine Stimme klang ein wenig bröckelig. Eine seltsame Frau, dachte ich. Eine ganz seltsame Frau. Sekunden später erschien der Wirt. Ich sagte, dass wir zahlen wollten. Martin starrte mich entsetzt an. Hat sie viel Unsinn erzählt? lachte der Wirt. Seine Augen lachten nicht mit. Meine Schwester ist eine große Erzählerin vor dem Herrn. Dann, fast verschwörerisch, eigentlich wollte sie immer Malerin werden. Sie malt Geschichten. Ich zeige sie Ihnen mal. Wir folgten dem Wirt in das kleine Clubzimmer, das sich an die Schankstube anschloss und von ihr nur durch eine Ziehharmonikatür getrennt war. Ein hufeisenförmiger Tisch mit einfachen Holzstühlen. Aber die Wände. Die Wände waren geradezu tapeziert mit wunderlichen Wasserfarbmalereien. Landschaften vor allem. Der See von allen Seiten. Waldlichtungen, Blumenwiesen im Regen, Licht zwischen blühenden Obstbäumen. Aber das war nicht einfach Abbildung von Natur. Da war immer etwas Verfremdendes, etwas Unheimliches, etwas Verwirrendes. Im Wasser des Sees waren die schemenhaften Umrisse eines gigantischen Krokodils zu erkennen. Im Hintergrund der Waldlichtung stand reglos eine maskierte Figur. In den Regen der Blumenwiese mischten sich Blutstropfen. Ein Obstbaum hatte weinende Augen als Blüten. Ich sah, dass Martin und Renate hingerissen waren von diesen eigenartigen Bildern. Ja, der Wirt hatte recht, es waren gemalte Geschichten. Dann konnte Martin sich nicht länger bremsen. Das alte Dokument, ich meine, das von dem Schatz berichtet, ob ich das mal, ich meine, darf ich das vielleicht mal sehen? Aber ja, lachte der Wirt. Die Spurtaucher wollten es ja auch sofort sehen, warum sollst du es dann nicht sehen, wie? Also ich glaube ja an solche Spöckes nicht. Schatz im See, Unsinn. Den Wisch habe ich auf dem Speicher dieses Hauses gefunden. Lag da wohl schon so ein paar hundert Jahre zwischen altem Gerümpel. Ich habe ihn ganz zufällig beim Aufräumen gefunden. Sein Lachen erinnerte ein bisschen an Ziegenbock-Gemecker. Falls die Taucher wirklich auf irgendwelche Wertgegenstände stoßen, sagte ich, haben sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wem die dann gehören? So ganz einfach dürfte das mit der Rechtslage nicht sein. Wieso? Der See gehört zum Haus. Das besagt nicht viel. Es kommt auch darauf an, woher die Gegenstände stammen. Wenn das Diebesgut ist, na ja, ich würde mich doch mal bei der zuständigen Behörde erkundigen, bevor ich all diese Taucher Schatzsucher spielen ließe. Der Wirt schien sich darüber weiter keine Gedanken zu machen. Die sollen erst mal was finden. Das Dokument hing unter Glas in der dämmerigen Diele. Das Papier war knitterig von vielen Falten und hatte offenbar auch im Wasser gelegen. Die wunderliche Schrift in Sepiatusche war nur sehr schwer zu entziffern. Am liebsten hätte ich das gerahmte Schriftstück von der Wand genommen und nach draußen getragen, um es in der hellen Sonne zu lesen. Die Ränder waren ausgefetzt. Brandstellen und durchgeschlissene Papierbrüche hatten manches unleserlich gemacht. Das Dokument hatte ungefähr die Ausmaße einer Postkarte. Donnerschlag, staunte Martin. Das haut doch den Stärksten zu vom Mustang. Ob das wirklich stimmt? fragte Renate. Mensch, wenn da wirklich Goldstücke uns um See liegen. Der Wirt legte ihr die Hand auf die Schulter und sagte, er wäre da sehr skeptisch. Geheimnisvolle Überlieferungen gäbe's genug und würden sich meist als Jux eines Spaßvogels aus früheren Jahrhunderten herausstellen. Doch so leicht waren Martin und Renate nicht von ihrer fixen Idee abzubringen. Ganz plötzlich drehte der Wirt mir sein Gesicht zu und fragte, Kenne ich sie nicht von irgendwoher? Kaum, antwortete ich. Ich bin auf dem Rabenhof zu Hause, rund 30 Kilometer östlich von hier, Richtung Gerolstein. Mein Name ist Lukas. Rabenhof, Karpfenhof, klingt ziemlich ähnlich, nicht? Mein Name ist Grucklacher. Trotzdem, irgendwie kommen sie mir bekannt vor, Herr Lukas. Ich sah Argwohn in seinen Augen. Glaubte er mir nicht, dass ich nur der Kinderwegen gekommen war? Seine Schwester rief aus der Küche. Frennis, kannst du nicht mal etwas Schnittlach aus dem Garten holen? Wir verabschiedeten uns von dem Wirt. Er zockelte in den kleinen Gewürzgarten hinterm Haus, wir schlenderten zum Seeufer. Die Sonne hatte jetzt fast den Zenit erreicht und knallte hart auf die bleierne Wasserfläche und auf die Wiesen mit den harten Gräsern. Es war kurz vor zwölf Uhr. Inzwischen hatten sich auch Neugierige eingestellt, hockten am Rand des Sees und schauten den Tauchern zu. Die Nachricht vom Schatz am Grunde des Sees hatte sich rumgesprochen. Ich sah zwei Kähne auf dem Wasser schaukeln. In jedem stand eine gummigekleidete Gestalt und bediente Pumpen und Sicherungsleinen. Der einzelne Taucher operierte anscheinend vom Ufer aus. Ich entdeckte ihn fern am südlichen Ufer, wo er gerade erschöpft aus dem Wasser stieg. Wahrscheinlich arbeiteten die Taucher nach verschiedenen Systemen und achteten dabei auf die Konkurrenten. Ich hätte gern gewusst, wie tief der See war. Ein Enterich drehte Ehrenrunden und zupfte Wasserpflanzen aus dem Uferschlamm. Martin hatte seinen Beutel ausgepackt und ging an die Forschungsarbeit. Renate stand diesmal ganz auf seiner Seite. Das kam selten genug vor. Ich hörte Martin etwas von markierter Stelle und Koordinaten am Ufer reden. Gar nicht schlecht kombiniert. Wenn jemand tatsächlich etwas im Wasser entdeckt hatte und Wert darauf legte, es auch wieder zu finden, musste er sich am Ufer Markierungen eingeprägt haben. Wahrscheinlich suchten Martin und Renate jetzt in der Längsrichtung und in der Querrichtung des Waldsees nach auffälligen Zeichen am Ufer, um dann den Schnittpunkt festzustellen. Ob die Taucher ahnten, dass sie gefährliche Konkurrenten bekommen hatten? Mit Kompass, Fernglas, Skizzenblock und Fotoapparat stiefelten die zwei los. Ich konnte sie minutenlang nicht sehen, wenn sie hinter Binsendickichen verschwunden waren oder durch das dichtige Büsch hinter dem Schilfsumpf krochen. Einmal entdeckte ich Martin, wie er an einem überragenden Erlenast hangelte und sich dann Ritt links hinauf schwang. Ich wartete ununterbrochen darauf, dass einer der beiden ins Wasser platschte, doch so etwas kommt vermutlich nur in kitschigen Kinderbüchern vor. Kinder sind nicht so doof, wie manche Erwachsene sich das denken. Ich hockte im Gras und rauchte ein Zigarillo. Ganz in der Nähe spielte ein überfettes Ehepaar ungeschickt Federball. Drei Dutzend Transistorradios quäkten schnulzige Schlagermusik. Der Enterich jagte einen Frosch. Zuerst kamen die Schatztaucher der Dreiermannschaft unter dem Gelächter der Zuschauer mit ihrem Boot zum Landungssteg. Ein Dutzend Bootslängen dahinter folgte der andere Kahn. Der Wassermann, der alleine arbeitete, schlurfte müde am Ufer entlang. Aus dem Wirtshaus strömte Bratengeruch. Auch die Leutchen am Ufer machten sich ans Mittagessen. Ich sah Einmachgläser mit Kartoffelsalat und hartgekochten Eiern, Puddingschüsseln und Stullenpakete. Manche kühlten Bierflaschen, die sie mit langen Schnüren ins Wasser hängten. Ein Säugling brüllte wie am Spieß. Benzingestank hing in der Luft. Dann tauchten Renate und Martin aus dem Wollgras auf und stritten offenbar darüber, ob sie etwas entdeckt hätten oder nicht. Ihr Eifer war jedenfalls abgekühlt. Wir kletterten in den stickig heißen Jonathan und rollten mit offenen Fenstern in den Wald hinein. Renate behauptete lauteiß, die Bäume, die jetzt am Seeufer wüchsen, hätten 1792 unter Garantie noch nicht dagestanden. Also könnten in den Baumrinden auch keine Geheimzeichen sein. Martin murmelte etwas über das Alter von Traubeneichen. Als wir das Hochmoor erreicht hatten, lachte Martin plötzlich los. Das ist doch ein echter Witz! Wie können die ein altes Geheimdokument auf dem Speicher finden, wenn das Haus im Krieg bis auf die Grundmauer niedergebrannt ist? Du hast es erfasst, sagte ich. Für Spinner holt man keine Polizei. Montagmorgenstimmung. Die übliche Hetze. Hat jemand meinen Turnschuh gesehen? Habt ihr eigentlich meinen Mathe-Test unterschrieben? Wo ist denn bloß der verdammte Zirkelkasten? Kann ich mal schnell mein Milchgeld kriegen? Mich konnte das inzwischen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Ich war mit allen Wassern gewaschen. Do rettete Renates linken Turnschuh aus Resis Sabberschnauze. Den Mathe-Test konnte ohnehin niemand unterschreiben, weil Martin das Blatt verschludert hatte. Und dann stellte er fest, dass er den Zirkelkasten vermutlich bei seinem Freund Ohrhuhn liegen gelassen hatte. Ja, und nach langer Diskussion wurde die Frage, ob die beiden ihr Milchgeld schon bekommen hatten oder nicht, dank Dos Erinnerungsvermögen positiv entschieden. Was machte es mir, dass Renate sich Kakao über ihr T-Shirt goss? Dass Martin sich noch nicht gewaschen hatte? Dass die Küchenuhr nachging, dass Do die Wagenschlüssel für den Kombi nicht finden konnte. Ich trank meinen Kaffee aus und stöhnte wie geplagte Väter so zu stöhnen pflegen, erntete bei Martin aber nur ein schadenfrohes Grinsen. Martin hatte nämlich längst begriffen, dass wir den Schulbus an der Landstraße verpassen würden und dass ich darum wieder die große Ehre hatte, meine Kinder nach Geroldstein zur Schule zu kutschieren. Jonathan sprang sogar schon beim 37. Startversuch an. Resi bellte um ihr Leben, machte damit Renate traurig, Do wütend und die Fohlen verrückt. Martin blies auf seiner Mundharmonika Yellow Submarine und Zweck entfremdete meinen Rücken als Schlagzeug. Auch das brachte mich nicht aus der Ruhe. Aus der Ruhe brachte mich erst Renates Frage. Ob die vielleicht doch einen Schatz aus dem Waldsee fischen? Ich schätze, die fischen ein paar alte Nachttöpfe raus und jede Menge von ollen Schuhen. Vergiss es, Nati. Wahrscheinlich war da irgendetwas in meiner Stimme, was den Beatles-Fan hellhörig machte. Er hörte auf zu blasen, bohrte mir einen wütenden Blick in den Nacken und knurrte. Ich wette, meine Ohren gegen zehn alte Rasierklingen, dass du sofort weiter dampfst zum Karpfenhof, wenn du uns bei der beknackten Schule ausgekippt hast. Mensch, hast du es gut. Und genau so geschah es dann auch. Mein Riecher trug mich nicht. Ich sah schon von Weitem, dass etwas passiert war. Am östlichen Ufer, ungefähr vierzig Schritte vom Bootssteg entfernt, standen die Taucher in dichtem Pulk beieinander und gestikulierten Wild. Ich entdeckte auch Grucklacher, den Wirt und seine Gummiballschwester bei der Gruppe. Da lag anscheinend etwas sehr Aufregendes zwischen ihnen im Schilf, denn sie beugten sich alle nach unten. Mich bemerkten sie erst, als ich plötzlich bei ihnen stand. Der Wassermann, den wir am Sonntagmorgen zuerst gesehen hatten, als er aus dem See stieg, lag ausgestreckt auf der Erde und weil die anderen ihm die Gummikapuze vom Kopf gezogen hatten, konnte ich die gewaltige Beule dicht hinter seinem linken Ohr sehen. Sie war etwa so groß wie ein mittleres Hühnerei. Ganz schönes Hörnchen, sagte ich. Was geht Sie das denn an? giftete der Wirt. Was haben Sie überhaupt hier zu suchen? Och, ich wollte natürlich dabei sein, wenn Moritz Trianges geheimnisvoller Schatz aus dem Wasser gezogen wird. Aber allem Anschein nach hat man mir etwas anderes aus dem See geholt. Der lag schon hier, sagte ein schnauzbärtiger Taucher mit etwas hysterischer Stimme. Den haben wir nicht aus dem Wasser gezogen. Als wir vorhin kamen, da lag der schon hier. Ich kniete mich neben dem Verletzten ins harte Gras und tastete vorsichtig den Schädel des Stönernden ab. Wie wäre es denn, wenn mal einer der Sportsfreunde nach einem Arzt telefonieren würde? Auf die grandiose Idee ist wohl niemand gekommen, wie? Lassen Sie es gut sein, Sie barmherziger Samariter, kicherte die Wasserfrau. Sie hatte ihre Taucherbrille auf den Kopf geschoben. Seidiges, rotes Haar quoll aus dem Gesichtsausschnitt ihres Taucheranzugs. Der braucht keinen Arzt. Das ist nur eine äußerliche Schwellung. Ich habe ihn schon untersucht. Sind Sie Ärztin? Fragte ich argwöhnisch. In genau elf Monaten hoffe ich. Sie fand das alles offenbar nach wie vor zum Kichern. So viel medizinische Kenntnis dürfen Sie mir getrost zutrauen. Wer sind Sie eigentlich? Sind Sie von der Presse? Mein Name ist Lukas. Ich wollte sagen, dass ich nichts weiter wäre als ein steuerzahlender Bürger, aber da war mir schon der Wirt ins Wort gefallen. Er ist so eine Art Schnüffler, bellte er. Der kam mir gestern schon so bekannt vor. In der Zeitung war er mal abgebildet, weil da was mit Diamantenschmuggel war. Der kümmert sich immer um Sachen, die in einen feuchten Dreck angehen. Dann tippte er mir mit seinem Würstchenzeigefinger gegen die Brust. Wissen Sie eigentlich, dass Sie sich auf Privatgelände befinden? Ich könnte die Polizei rufen und Sie... Gute Idee, fauchte ich ihn an. Das hätten Sie übrigens längst tun sollen. Allem Anschein nach ist dieser Mann hier niedergeschlagen worden. Ich fühlte mich nicht besonders wohl in meiner Haut, denn es war absolut nicht zu übersehen, dass die Vereinigte Tauchergilde langsam Front gegen mich machte. Das schien Ihnen nicht zu schmecken, dass sich hier jemand einmischte. Ob Sie etwas zu verbergen hatten? Für so einen Spinner holt man doch keine Polizei, sagte ein dicklicher Mann mit Pferdegebiss, der zur Mannschaft der Wasserfrau zu gehören schien. Genau, bestätigte ein langer Dünnling aus dem anderen Lager. In dieser Frage schienen sich die sich befedenden Teams einig zu sein. Wer allein taucht, ist ein Spinner. Das widerspricht allen Taucherregeln. Nur Spinner und Lebensmüde tauchen allein. Habe ich recht? Allgemeines Geraune bestätigte ihm, dass er recht hätte. Ich geriet in Zorn. Zum Teufel, der Mann hier ist ohnmächtig. Ihr überhebliches Gequatsche ekelt mich an. Irrtum, kicherte die Fastärztin. Der ist nicht ohnmächtig, der tut nur so. Ich denke, er schämt sich vor uns. Klar, sagte einer im Hintergrund, der ein Sauerstoffgerät zwischen den Knien hielt. Klar, der schämt sich, hat ja jetzt den Beweis dafür, dass nur ein Idiot alleine taucht. Der ist hingefallen, als er aus dem Wasser stieg. So war das. Das ist meine Meinung. Als ob das das Stichwort für den Mann am Boden gewesen wäre. Er schnellte in einer Behändigkeit mit dem Oberkörper hoch, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Denn dass er nicht mehr der Jüngste war, sah ich an seinem faltigen Ledergesicht. Man wollte mir ans Leben, schrie er schrill. Jawohl, ans Leben wollte man mir. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass ich den Schatz vor ihnen finde. Angst haben sie alle, dass ich ihnen die Beute wegschnappe. Verblüfft schauten sich die Taucher an. Das hatte ihnen die Sprache verschlagen. Auch mir ging das gehörig in die Hacken, dass dieser Mann behauptete, seine Konkurrenten hätten ihm so übel mitgespielt. Sicher, es war eine schwere Beschuldigung. Aber war es nicht irgendwie doch logisch? Die knisternde Spannung zwischen den Leuten hier war mir sofort aufgefallen. Andererseits, Konkurrenzkampf musste ja nicht so ausarten. Gab es da vielleicht noch ein paar Hintergründe, von denen ich nichts ahnte? Woher nahmen diese Leute überhaupt die Sicherheit, dass da etwas Wertvolles im Waldsee liegt? Nur weil Meister Grucklacher da ein seltsames Dokument herumzeigte, über das auch die Ortspresse berichtet hatte? Ich sagte zu dem Mann, der inzwischen auf die Knie gekommen war. Vielleicht berichten Sie mal, was passiert ist. Er ließ zuerst einmal seinen Blick von Gesicht zu Gesicht wandern, als könnte er auf diese Weise denjenigen ausmachen, der ihm das Hörnchen verpasst hatte. Dann fing er mit pfeifender Stimme an zu reden. Ich? Ich bin im Morgengrauen, als die hier alle noch schliefen, also da bin ich zum See, weil ich ungestört arbeiten wollte. Ich hab nämlich... Listig blinzelte er jetzt gegen die Sonnenstrahlen an. Nämlich einen Plan, wie man methodisch den richtigen Ort einkreisen muss. Plötzlich keifte er. Aber vielleicht schliefen diese Leute ja gar nicht mehr. Die trachten mir nach dem Leben. Er stach anklagend mit den Händen nach den anderen Tauchern. Ein Mann, eine Mischung aus Rübezahl und Tarzan, sagte, Ist doch eindeutig, dass er spinnt. Die Schwester des Wirts sagte, Er ist ohne Frühstück aus dem Haus. Die Fastärztin sagte, Verfolgungswahn, nichts als Verfolgungswahn, wir sind doch alle Sporttaucher. Der Wirts sagte, So ein doppelter Schnaps, der bringt ihn garantiert wieder auf die Beine. Ich sagte, Wie wär's denn, wenn sie den Mann weitererzählen ließen? Er machte ganz spitze Lippen, wie einer, der pfeifen will, und schien über irgendetwas, was nicht in seinen verletzten Schädel wollte, angestrengt nachzudenken. Ganz unvermittelt redete er dann drauf los. Ich befand mich ungefähr 20 Meter vom Ufer entfernt. Und ich, ich war, naja, so etwa 8 Meter tief. Da schoss plötzlich dieses grelle Licht auf mich zu. Das war, war ein ganz weißes Licht, unheimlich hell. Und es schoss auf mich zu, dass ich, dass ich völlig geblendet war. Ich konnte überhaupt nichts mehr sehen. Und dann, dann traf mich was Scharfes, Spitzes, am Bein. Hier. Er zeigte auf seinen linken Unterschenkel. Im Kautschukmaterial seines Taucheranzugs war deutlich ein etwa 4 Zentimeter langer Riss zu sehen. Die Haut darunter schien aber nicht verletzt zu sein. Grucklachers Schwester hauchte. Der Wassermann. Das war der Wassermann. Er duldet es nicht, dass seine Ruhe gestört wird. Das nimmt noch ein böses Ende. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber mir lief bei ihren Worten so etwas wie eine Gänsehaut über den Rücken. Kann sein, dass ich mir das auch nur einbildete. Aber hier gingen rätselhafte Dinge vor. Und was passierte dann? fragte der Wirt. Ich bin sofort hoch. Ich konnte ja nichts mehr sehen. Außerdem, außerdem trachtete ja jemand nach meinem Leben. Und die Harpune hat er mir weggerissen. Ja, die liegt jetzt irgendwo unten auf dem Grund. Ich, ich bin ans Ufer gewartet, weil das Licht immer hinter mir herkam. Als ich dann am Ufer war, da habe ich mich noch mal nach dem Licht umgedreht. Und da, da bekam ich plötzlich diesen fürchterlichen Hieb von hinten. Es schmerzt entsetzlich. Er tastete mit seiner Hand die Beule ab und war wohl über deren Ausmaße erschreckt. Ich dachte, also haben es mindestens zwei Leute auf ihn abgesehen. Einer war im Wasser und einer wartete im Schilf auf ihn. Ob er etwas weiß, was er nicht wissen soll? Frau, noch nicht ganz Doktor, hatte erheblich an Kessheit eingebüßt und schien jetzt mit ihrer Diagnose doch ein bisschen vorsichtiger zu sein. Sie sagte, Jungs, bringt ihn vorsichtig ins Haus. Wir müssen ihn hinlegen, dann schaue ich mir seinen Kopf nochmal genauer an. Und Ruhe braucht er. Sämtliche Taucherhände griffen nach dem Mann, aber der wollte nicht getragen werden. Stacksig und unsicher auf den Beinen, aber stolz und ungebrochen wie ein Boxer, der nur knapp nach Punkten verloren hat, schritt er mit grotesker Würde zum Wirtshaus. Eine Prozession watschelnder Taucher folgte im Gänsemarsch. Ich musste trotz allem lachen. Ich hielt den letzten aus der Reihe am Arm fest. Wie war das eigentlich vorhin, als sie an den See kamen? Fanden sie wirklich den Mann da im Schilf? Wutaugen. Auch ein bisschen Zähneknirschen. Ich dachte schon, er würde mir seine Schwimmflossen um die Ohren hauen. Aber dann... Ich weiß zwar nicht, was sie das angeht, aber sie können sich's trotzdem hinter die Ohren schreiben. Als wir nach dem Frühstück aus dem Haus kamen, sahen wir den ollen Judex schon von weitem da liegen. Der ist echt so ein Spinner. Der bildet sich schon seit Jahren ein, dass er den ganz großen Fund machen wird. Und noch was. Beide Mannschaften waren komplett, als wir aus dem Haus kamen. Wenn sie verstehen, was ich damit sagen will. Ich verstehe es, sagte ich und zeigte ihm alle meine Zähne. Ich seh nur so blöde aus, müssen sie wissen. Mein lieber Sportler grunzte nur und trabte den anderen nach, die inzwischen das Haus erreicht hatten. Trotz des leichten Windes lag der See still und unbeweglich. Nur die Enten zogen Linien in den Wasserspiegel. Ich dachte, es wird höchste Zeit, dass ich mit dem Wirt ein paar ernste Takte rede. Wie weit will er dieses Spielchen denn noch treiben? Die Gelegenheit ergab sich bald, denn kaum waren die Taucher wieder mit ihren Booten auf dem See, kaum hatte mir die Wasserfrau, der ihr Verhalten von vorher anscheinend peinlich war, wortreich bestätigt, Herr Judex läge mit einem feuchten Umschlag friedlich in seinem Bett und ruhte sich aus. Kaum hatte mir die Gummiballschwester den Kaffee, den ich bestellt hatte, an den Klapptisch vor der Haustür gebracht. Da kam er angeschlichen wie ein armer Sünder, hatte zwar noch ein knurriges Gesicht aufgesetzt, schlotterte dabei aber verfurcht. Peinliche Sache, nicht wahr? Wieso? fragte er und setzte sich zu mir. Na, wenn ein Gast niedergeschlagen wird, dann ist das doch für einen Wirt nicht besonders lustig. Oder sehen Sie das anders, Herr Krucklacher? Vor allem, wenn man nicht weiß, wer der geheimnisvolle Schläger, er fiel mir hastig ins Wort. Unsinn! Sie sehen Gespenster. Herr Judex ist gestolpert und hat sich an einem Stein oder so die Beule geholt. Das ist alles. Und das Licht unter Wasser? Heiliger Florian, nehmen Sie dieses Geschwafel etwa ernst? Ich weiß ja, dass Sie überall Flöhe husten hören, aber dass Sie auch an Märchen glauben, Mann! Er lachte, aber es war ein sehr unechtes Gelächter. Ich sagte, gehen wir mal davon aus, dass Sie die Geschichte von dem Triangelschatz erfunden haben, um Hotelgäste anzulocken. Gehen wir mal davon aus, dass Ihre begabte Schwester, die sogar ein Malerin geworden wäre, das spannende Dokument gepinselt hat, das da seltsamerweise erhalten blieb, obwohl doch im Krieg das ganze Haus niedergebrannt war. Gehen wir mal davon aus, dass es in Ihrem Waldsee ganz bestimmt keinen Schatz gibt. Hören Sie! Nein, Sie hören! Da stellt sich nämlich jetzt die Frage, wonach suchen diese Taucher? Die müssen doch auf dem Grund des Sees etwas entdeckt haben, sonst wären die doch längst wieder über alle Berge. Also, was liegt da unten im See? Es war, als wenn Meister Gruglacher kleiner würde. wegschrumpfte, Deckung suchte. Ich weiß nicht, flüsterte er mit veränderter Stimme. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte gedacht, da lädt gar nichts drin. Wirklich, ich… So verrückt das alles war, ich glaubte ihm plötzlich. Ich glaubte ihm, dass ihm das Spielchen aus den Fingern geglitten war und dass er selbst von der geheimnisvollen Emsigkeit der Taucher überrascht war. Aber sie geben zu, fragte ich, dass ihr eigenartiges Dokument nichts weiter als eine Fälschung ist. Er gab nichts zu, aber sein Schweigen war Antwort genug. Außerdem sprach sein dämliches Gesicht Bände. Die Suppe, die er sich da eingebrockt hatte, war wohl etwas zu scharf geraten. Wie tief ist der See? fragte ich. Er zuckte die Schultern. Keine Ahnung, sehr tief jedenfalls. Wahrscheinlich tiefer als diese Leute tauchen können. Und dann? Ich hab wirklich gedacht, da lägt nichts drin im See. Aber jetzt sind sie anderer Meinung. Der Wirt nickte zögernd. Die haben Metalldetektoren dieser Leute. Und irgendwas müssen die entdeckt haben. Bloß, dass sie es nicht rausholen können. Die suchen auch gar nicht mehr. Nur der Judex, der sucht und sucht. Die anderen nein, die suchen nicht mehr. Die fassen bloß noch aufeinander auf und belauern sich. Ich schätze, die warten auf irgendwas. Rucklacher pullte mit den Fäusten in seinen Augenhöhlen rum, stöhnte dabei. Komisch war nur, dass er auf einmal so offen mit mir redete. Ob er Hilfe brauchte? Zweifellos war das der Zauberlehrling Effekt. Die Geister, die er gerufen hatte, wurde er nun nicht mehr los. Er hatte seine kleine Sensation gewollt. Für ein paar Tage und Nächte ein volles Haus und ein bisschen unbezahlte Werbung durch die Presse, die den kaum beachteten Karpfenhof den Touristen schmackhaft machen sollte. Aber diese Taucher zogen nicht einfach unverrichteter Dinge ab, sondern setzten sich fest, bezogen Stellung, hatten anscheinend etwas im tiefen See entdeckt und wollten es nun jeweils vor der anderen Gruppe heben. Doch da gab es offensichtlich Schwierigkeiten. Und welche Rolle spielte Judex? Ich fragte. Welche Rolle spielt eigentlich Judex? Der Wirt winkte mit schiefen Grinsen ziemlich abfällig ab. Der ist wirklich ein Spinner. Glaubt, dass der Nibelung Schatz hier im See läge. Das muss man sich mal vorstellen. Die anderen nehmen ihn ja auch nicht ernst. Aber erstört und darum haben sie ihm brutal eins über den Schädel gezogen. Sehe ich das richtig? Ich schlurfte am Kaffee. Der war schön stark, aber noch viel zu heiß. Nein, sagte Krucklacher bestimmt. So war es nicht. Die sind vorhin wirklich alle zusammen aus dem Haus gegangen. Wenn der Judex nicht gestürzt ist, dann muss ihn ein Fremder niedergeschlagen haben. Für Sekunden sah ich den Kopf der Gummiball-Schwester hinter der Scheibe. Das Fenster war nur angelehnt. Sie belauschte unser Gespräch. Als sie sah, dass ich sie sah, bückte sie sich schnell und verschwand wie eine Kasperle-Figur hinter der Bühne. Er ist bestimmt gestürzt, redete Krucklacher vor sich hin. Das glauben sie doch selbst nicht. Der Uferschlamm ist weich und matschig. Wo soll er denn da aufgeschlagen sein? Erzählen sie mir etwas über diese Sporttaucher. Erst schien er nicht zu wollen. Sein feistes Gesicht signalisierte Ablehnung. Signalisierte jetzt ist es genug. Halten sie sich raus. Meine Gäste gehen sie nicht an. Er sagte Was soll ich da groß erzählen? Sie sind eben Sporttaucher. Was weiß ich? Nein, so kamen wir nicht weiter. Ich sagte ihm durch die Blume, dass ich ihm vielleicht helfen würde, falls er sich nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen ließe. Und das war dann ungefähr so, als hätte ich ein Markstück in einen kaputten Automaten gesteckt, der jetzt ununterbrochen Münzen ausspuckte. Die eine Gruppe, die mit Dr. Sibylle Bayerlein an der Spitze, stammte aus Koblenz, hatte schon allerlei angeblich einen Ruf als Team mit Spürnase und wissenschaftlicher Genauigkeit. Der Rübezahl war der Chef der Konkurrenz. Seine Gruppe stammte aus Aachen und war eigentlich auf die Taucherei an den Mittelmeerküsten spezialisiert, wo die vier Männer angeblich schon allerlei Wertvolles aus dem Wasser geholt hatten. Erfahrene Taucher also. Leute, die genau wussten, was sie wollten. Wenn die sich hier am Waldsee sozusagen festgebissen hatten, musste es triftige Gründe dafür geben. Außerdem verfügten sie über Metalldetektoren. Aber auf was warteten sie? Und was war mit diesem seltsamen Herrn Judex? War der wirklich nur ein Spinner? Ja, und seine Beule war wohl Beweis genug, dass da noch andere an dem Rätselraten beteiligt waren. Zumindest noch zwei. Freines! tönte es plötzlich mit der Lautstärke einer Polizeisirene aus dem Haus. Freines! Du musst mir jetzt in der Küche helfen! Die Bohnen müssen geschnippelt werden! Halb ärgerlich, halb ängstlich fuhr Grucklacher aus seinem Gartenstuhl hoch und seine hilflose Geste sagte mehr als alle Worte, dass er maßlos unter dem Pantoffel stand. Ich blickte ihm nach, wie er eifrig wie ein Pudel ins Haus wetzte und fragte mich, ob das Zufall war, dass seine Schwester ihn ausgerechnet jetzt gerufen hatte. Ich ließ den Kaffee stehen, er schmeckte mir nicht mehr. Die Sonne war heiß hinter den Fichtenwipfeln hochgekommen und brannte mir unangenehm auf der Haut. In den beiden Booten auf dem See drängelten sich die Taucher. Von beiden Mannschaften schien nur jeweils einer unter Wasser zu sein. Ein blaugrauer Erpel jagte zeternd ein kleines Wasserhuhn. Es war zehn Uhr einundzwanzig. Ich schlenderte wie zufällig am westlichen Seeufer entlang, warf hin und wieder kleine Äste ins Wasser und näherte mich mehr und mehr der Stelle, an der Judex sein schmerzhaftes Abenteuer erlebt hatte. Niedergetretenes Schilf, zahllose Fußabdrücke, eine Schleifspur, die aus dem Wasser kam. In der dichten Tannenschonung zwei Dutzend Schritt vom Ufer entfernt, entdeckte ich undeutliche Trittsiegel und abgeknickte Zweige. Hübsche Wollfäden, wie sie in jedem zweiten Kriminalfilm gefunden werden, fand ich nicht. Wohl aber weiter hinten im Hochwald Reifenspuren, kaum sichtbar im trockenen Boden, sehr breite Spuren und sehr schmale Spuren. Aber die konnten auch irgendwelche Forstfahrzeuge hinterlassen haben. Meine Gedanken kehrten immer wieder zu dem grellen Licht zurück, das Judex unter Wasser gesehen haben wollte, und zu dem Wassermann, von dem Grucklachers Schwester gefaselt hatte. Ein Duftgemisch von Baumharz und Brackwasser stieg mir wirzig in die Nase. Die Boote der Tauchermannschaften waren ungefähr hundert Meter auseinander. Ich umrundete mit zügigen Schritten den See und erreichte nach einer halben Stunde meinen kochend heißen Jonathan und war um nichts klüger. Aber es war höchste Zeit, nach Hause zu fahren. Du wartete sicher schon seit Stunden auf mich. Als ich vom Parkplatz rollte, sah ich wieder das Gesicht der Gummiballschwester hinter der Scheibe. Ja, große Malerin, dachte ich, wenn du das verrückte Dokument mit dem Quatsch von Moritz Trianges Goldschatz nicht gemalt hättest. Wenn der Vollmund lacht. Fette Hummeln summten wütend zwischen den rosafarbenen Kleeblüten. Resi, die Münsterländerin, hechelte hinter Zitronenfaltern her und schnappte ununterbrochen daneben. Renate hielt den Kopf unserer Fuchsstute Yvres, die im Frühjahr sehr schmerzhaft gefohlt hatte und deren Zwillingssöhne ausgesprochene Rocker waren, die sich jetzt wüst an der Milchbar keilten. Titus feilte im Schatten der Stallungen den Einjährigen die Hufe zurecht und Hennes, der bei ihm lernte und Ich sah Do auf der oberen Hausweide beim Longieren. Sie hat, um es mit Titus zu sagen, das richtige Händchen für die Gäule. Papst Zuckermann stand bei ihr und reichte ihr Möhren zu, mit denen sie die Pferde belohnte. Alle hatten ihre Arbeit, hatten ihren Spaß, nahmen intensiv Anteil an dem, was auf dem Rabenhof geschah. Und ich kam mir wieder einmal reichlich überflüssig vor. Später sattelte ich Alouette spürte, dass ich nicht bei der Sache war und reagierte entsprechend unwillig. Natürlich, ich war mit meinen Gedanken bei den Tauchern am Waldsee. Es half nichts, dass ich mir ununterbrochen vorredete, Meister Grucklacher müsste allein mit seinem blöden Zauber zurechtkommen. Wenn sich bei mir eine Idee im Schädel eingenistet hat, kann ich mir die Ohren abreißen oder die Nase abbeißen oder einen Nagel ins Knie treiben, von der Idee komme ich trotzdem nicht los. So war es eigentlich fast logisch, dass am Abend das Telefon schnarrte und ein äußerst kleinlauter Grugglacher zaghaft um meine Hilfe bat. Aber der Reihe nach, denn vorher war noch einiges passiert. Wir saßen am Abendbrottisch, löffelten Erdbeerquark und wehrten die bettelnde Resi ab, die mal wieder einen Trick gefunden hatte, um Umsatzsteuervorauszahlung, gestiegene Futterkosten und gedämpfte Nachfrage für einjährige Halbblüter. Renate erzählte von ihrer Freundin Beatrice, die seit der Englischstunde plötzlich eine Sumpfkuh und Verräterin war. Und Martin verkündete trotzig, dass er seine Fotos vom Waldsee auf jeden Fall auswerten würde, auch wenn die Sache mit dem Goldschatz zehnmal ein Schwindel wäre. Ich antwortete nach drei Seiten hin und freute mich auf einen Nachtisch Kognak. Martin hatte sich zusammen mit Titus über der Futterkammer eine Art Fotolabor eingerichtet, wo die zwei sich noch und noch mit Pferdefotos beschäftigten. Pferde von rechts, Pferde von links, Pferde von hinten, vorn, oben und unten. Diesmal ging es aber nicht um Pferdenasen und Pferdeschwänze, diesmal ging es um Uferbilder vom Waldsee, wo Martin versteckte Hinweise für seine Koordinatentheorie vermutet hatte. Die Filme hatte er schon am Nachmittag entwickelt und als er nach dem Essen losgespurtert war und eine Stunde später mit den Kontaktabzügen angeschlurft kam, machte er ein Gesicht wie ein Fußballspieler nach einem Selbsttor. Sind sie was geworden? fragte Renate arglos. Klar, bellte Martin, die sind alle was geworden. Unheimlich spannende Fotos, bisschen Wasser, bisschen Gebüsch und so ein paar Köppe von gaffenden Ausflüglern. Außerdem Schilfstängel Muttis mit Kartoffelsalat Petten. Da habt ihr die geniale Ausbeute eines Star-Fotografen. Er pfefferte die Abzüge auf den Tisch und verdrehte theatralisch die Augen. Klar, Martin war stinksauer, dass er dem Kapfenhof wird und seiner plumpen Lüge von dem sagenhaften Goldschatz auf den Leim gegangen war. Aber waren nicht noch ein paar andere Zeitgenossen auf diesen Leim gegangen und hatten die Tauchermannschaften nicht doch irgendwas in der Tiefe des Sees entdeckt? Und gab es dann nicht diesen seltsamen Herrn Judex, dem ein geheimnisvoller Wassermann die Lust am Tauchen im Sinne des Wortes verwässert hatte? Das sind aber trotzdem schöne Landschaftsaufnahmen, behauptete Do. Wahrscheinlich wollte sie den enttäuschten Martin trösten, doch das schien nicht so einfach zu sein. Weicher Käse, stöhnte Martin. Schöne Landschaftsaufnahmen? Ich glaube, schenkt. Trotzdem nahm Do Foto für Foto in die Hand. Renate schaute ihr über die Schulter. Resi kaute Teppichfransen. Hier hast du eine Macke aufs Bild gebracht, sagte Renate plötzlich. Wo? fragte Martin angriffslustig. Glaubst du doch selbst nicht, zeig mal her. Da, sagte Renate, da ist so ein Blitzer auf dem Foto, zwischen den Tannenbäumen. Es waren zwar Fichten, aber ein Blitzer war wirklich auf dem Foto, keine Frage. Martin nahm das Bild in die Hand, das ein Stück Uferböschung und düstere Fichten am Rand des Blickfeldes zeigte. Ha! triumphierte Martin. Von wegen Fehler im Bild! Da blitzt wirklich was zwischen den Bäumen! Und jetzt war ich auf einmal hellwach. Ich erinnerte mich genau an diesen Teil des Seeufers, der rechts vom Bootssteg lag, also ziemlich genau im Nordwesten. Am späten Vormittag stand die Sonne ungefähr gegenüber und sie hatte da irgendetwas zum Reflektieren gebracht, das ich zwischen den Fichtenstämmen befunden hatte oder noch befand. Ich holte meine Lupe aus der Schreibtischschublade und versuchte im Grau-Schwarz des Bildhintergrundes Konturen zu entdecken, aber da war nichts als Dunkelheit, aus der es hell ausblitzte. Ich könnte dir ja morgen eine Vergrößerung machen, sagte Martin eifrig. Er spürte wohl, dass mich dieser helle Fleck, der wie ein Stern in vielen Spitzen auseinander lief, heftig interessierte. Mich wunderte bloß, dass er sich nicht sofort an die Arbeit machen wollte. Keine schlechte Idee, stimmte ich zu, und wenn du etwas aufhellst, kann man vielleicht was erkennen. Was könnte das denn sein, wollte Renate wissen. Der Froschkönig mit blitzender Krone, fauchte Martin. Ha ha, sagte Renate, selten so schräg gekichert. Wenn du dich so aufplusterst, siehst du aus wie Donald Duck. Geht das jetzt wieder los, fragte Do. Der hat doch Bevor Martin zu großer Form auflaufen konnte, sagte ich etwas, und das machte meinen wortreichen Sohn erst einmal ungewohnt still. Ich sagte, nach meiner Meinung steht da jemand mit einem Fernglas zwischen den Bäumen und beobachtet den See. Und die Sonnenstrahlen spiegeln sich da drin, staunte Renate und starrte fast Löcher in das Foto. Schlaumeier, knurrte Martin. Meinte er mich, meinte nichts, aber das war auch nicht nötig. Der Blick, mit dem sie mich von der Seite anschaute, ersetzte diese Worte. Musst du deine Nase schon wieder in andere Leute Angelegenheiten stecken? Ja, ich musste. Renate flüsterte, und wenn da am Ende doch ein toller Schatz im See liegt? Erstaunlicherweise hatte Martin diesmal nichts zu meckern. Er spann Renates Garn weiter. Der liegt so tief unten, dass die Taucher gar nicht dran können. Und jetzt kriegen sie alle lange Zähne und weinen vor Kummer ihre Kopfkissen nass. Blödsinn, lachte Do. Wenn der Schatz so tief unten liegt, können sie doch überhaupt nicht wissen, dass es ihn gibt. Ihr seid mir schöne Spinner. Sie haben Metalldetektoren, gab ich zu bedenken. Die zeigen Metalle auch auf Entfernung an. Jetzt drehte Martin voll auf. Er hätte da was von Schatzsuchern in einer Illustrierten gelesen. Die suchten vor der Küste von Florida nach versunkenen Piratenschiffen. Wisst ihr, womit die die Metallkisten und so heraufholen? Martin gab sich selbst die Antwort. Mit starken Elektromagneten. Plötzlich glaubte ich zu wissen, auf was die zwei Tauchermannschaften vom Waldsee so dringend warteten. Gerade als Martin anfing, die Methoden der Schatztaucher von Florida so anschaulich zu schildern, als hätte er jahrelang mit ihnen zusammengearbeitet, schnarrte das Telefon. Do stöhnte ahnungsvoll. Betont langsam goss ich mir den Nachtisch Cognac ein, trank einen Schluck und ging zum Telefon. Ein äußerst kleinlauter Grucklacher bat mich zaghaft um Hilfe. Ich habe davor hin so eigenartige Geräusche im Wald gehört, wisperte er mit Verschwörerstimme, deren Haupttenor aber das war, was man schlicht mit Schiss bezeichnet. Und meine Gäste sind so unruhig. Ja, und der Herr Judex, also ich, ich glaube, der will heute Nacht wieder ins Wasser. Ich meine, ich will sagen, dass er wieder allein tauchen will. Jedenfalls fummelt er ununterbrochen an seiner Ausrüstung rum. Haben Sie durchs Schlüsselloch geschaut? Grucklacher sagte schlicht und schön, ja. Ich fragte, geht es ihm denn wieder besser? Er hat zum Abendessen sieben Speckpfannkuchen verputzt. Naja, dann kann er eigentlich kaum im Sterben liegen, gab ich zu. Und was soll ich für Sie tun? Er quälte sich, druckste herum, keuchte, hustete, röchelte, brachte es dann schließlich aber doch heraus. Wenn Sie vielleicht herkommen könnten, also ich. Wie hatte Grucklacher mich genannt? Schnüffler? Ja, Schnüffler. Und jetzt sollte ihm dieser Schnüffler also die Kastanien aus dem Feuer holen. Herrlich. Ich hätte jetzt eigentlich dies sagen sollen. Sie sind ein gottverdammter Neandertaler. Sie geldgieriger, hirnverbrannter Lügner. Und jetzt schauen Sie mal schön zu, wie Sie aus dieser Scheiße wieder rauskommen, aber lassen Sie mich dabei aus dem Spiel. Stattdessen sagte ich, also gut, ich komme. Resi wirkte Teppich Franzen aus. Renate schaute mich halb ängstlich und halb empört an. Dos schweigen war so dick, dass man es mit der Laubsäge hätte ausschneiden können. Martin hauchte wortlos Mensch. Ich sah zur Wanduhr. 21 Uhr 53. Mir war nicht nach langem Reden zumute. Und ich hatte auch keine Lust, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich mich jetzt noch auf die Socken machte. Vielleicht erwartete das auch niemand. Es war ja auch nicht das erste Mal. Aus Martins Blick wurde ich nicht schlau. In der Diele langte ich nach meinem Mantel, steckte die Taschenlampe und das Zigarillodöschen ein und ließ mir von Do einen Kuss auf die Nasenspitze geben. Es war ein wütender Kuss. Pass auf dich auf, Luke, sagte Do. Klar doch, sagte ich. Wie immer. In den Stellen brannte Licht. Ich hörte Schnauben und Scharren. Im Trakt der Mutterstuten übten sich die Halbstarken im Wehren. Strenger Salmiak-Geruch drang herüber. Resi bellte wie am Spieß, als ich Jonathan startete. Im Dämmerlicht sahen die huschenden Buchenstämme aus wie gigantische Schneemänner. Kaninchen wetzten über die Straße. Mein uralter Porsche stöhnte ärgerlich, als hätte er etwas dagegen, dass er um diese Tageszeit noch arbeiten musste. Dann erreichte ich das Hochmoor. Ein tief hängender Vollmond, plastisch wie eine Orange, tauchte die Ebene in gespenstisch weißes Licht. Als ich mich dem Karpfenhof näherte, sah ich schon von oberhalb der Serpentinen, dass das ganze Haus wie ein Christbaum beleuchtet war. Ein Kopf mit einem Dutzend glühender Augen. Der See war nichts als ein schwarzes Loch. Plötzlich, als ich in die Zufahrt vom Karpfenhof einbiegen wollte, sprang mir eine dunkle Gestalt in den Weg. Im Licht der aufgeblendeten Scheinwerfer erkannte ich Meister Grucklacher, der wild mit den Armen wedelte. Ich schaltete auf Standlicht herunter und hielt an. Der Wirt kam gelaufen, als wären die reitenden Leichen aus irgendeinem albernen Gruselfilm hinter ihm her. Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind, prustete er außer Atem. Wo brennt's denn? Ich weiß nicht, flüsterte er, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Ob Sie vielleicht den Wagen schon hier abstellen, damit die Gäste nichts merken? Nun machen Sie sich mal nicht gleich in die Hose, sagte ich, fuhr den Wagen vom Weg runter und stieg aus. Der Wirt, er trug eine halblange Joppe und eine Vogelfängermütze mit langem Schirm, zog eine funzellige Stalllaterne aus dem Graben und trabte auf mich zu. Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Das sagten Sie schon, vielleicht erzählen Sie mir jetzt erst mal, was überhaupt gespielt wird. Da, da waren Geräusche im Wald, vorhin also. Naja, da habe ich im Wald hinter dem See Geräusche gehört. Ich glaube, das war irgendein Motor und geknackt hat's in der Schonung und ein Licht, ein Licht habe ich auch gesehen. Erst großartige Ideen mit versunkenen Schätzen und nun das Hemd am Flattern, das machte mir Spaß. Warum haben Sie denn nicht mal nachgeschaut, fragte ich, um ihn zu ärgern. Ich wusste ja, dass er sich fürchtete. Vielleicht sind da bloß so ein paar verirrte Klabautermänner rumgegeistert oder es war ein Liebespaar, das den Mondschein schön fand. Das war bestimmt was anderes, sagte er heiser. Ich hätte gern sein Gesicht dabei gesehen. Ich bin doch verantwortlich für die Sicherheit meiner Gäste. Ich will nicht, dass noch einmal was passiert. Plötzlich fühlte Krucklacher, der große Showmaker, also so etwas wie Verantwortungsgefühl. Ich fragte mich nur, ob das echt war. Vielleicht war es mehr die Angst, dass ein törichtes Spiel umkippte und dass ihm die Polizei auf den Pelz rückte. Sind Ihre Gäste jetzt alle im Haus? fragte ich. Ja, alle. Der Lisegang und seine Leute, das sind die Aachener, wissen sie, die hocken auf einem der Zimmer oben und spielen irgendwas mit Karten Doppelkopf, glaub ich. Und die lassen sich von meiner Schwester ununterbrochen Bier und Schnaps bringen. Die anderen drei, die Bayerlein und ihre Freunde, die sitzen unten im Gästezimmer und fummeln an ihren Skizzen und Plänen rum und trinken Tee mit Rum. Sind noch andere Gäste da? Ich mein, aus dem Dorf oder so? Nein, nein, sonst ist niemand da. Das ist ja das Problem, dass der Karpfenhof über die Gucklacher umrundete mich in eine Art Feitstanz. Er scheint sich da so eine Sicherheitsleine zu basteln. Ich hab gesehen, dass er da mit Schlingen und Karabinerhaken und anderem Krimskrams zugange ist. Alles durchs Schlüsselloch? Er nickte heftig. Wenn dem Judex jetzt wieder was passiert und wenn er dann nicht mehr so glimpflich wegkommt wie heute früh ich darf nicht dran denken ich bin doch verantwortlich was sollen wir denn nur tun Er sagte tatsächlich wir Es ist schon komisch wie schnell manche Zeitgenossen den schwarzen Peter weitergeben Ich sagte Ich habe eine prima Idee wie wir Herrn Judex daran hindern können auf Tauchstation zu gehen Wirklich? Ja wirklich Sie gehen zu ihm und erzählen ihm dass der ganze Kokolores mit Moritz Triangels Goldschatz nichts weiter als eine hübsch ausgedachte Ente und ein großer Bluff ist und dass die gierige Schatzsucherei nun gestoppt werden kann Ich glaube ich sah trotz Dunkelheit wie Krucklacher blass wurde Das das geht nicht Einmal müssen sie doch mit der Wahrheit rausrücken Aber der Judex der sucht doch nach dem Nibelungenschatz der hat doch echt ne Meise der lässt sich doch nicht durch Tatsachen irritieren Dann fiel dem Wirt noch etwas ein Und das war etwas was man nicht vom Tisch wischen konnte Goldschatz oder nicht Die Die haben doch irgendwas entdeckt im Silbersee diese Taucher Dann müssen wir Judex eben im Auge behalten entschied ich Und vielleicht kriegen wir auf diese Weise auch den Wassermann mit dem grellen Licht zu sehen Oder oder wir kriegen auch eins über die Rübe gab Krucklacher zu bedenken Er dachte zweifellos praktischer als ich und vielleicht besaß er so eine Art prophetischer Begabung was weiß ich Wir trotteten langsam zum See hinunter Einmal hatte ich jenes Kribbeln im Nacken das ich immer spüre wenn mir heimlich jemand nachschleicht aber als ich mich plötzlich umdrehte war in der Finsternis der beginnenden Nacht nichts zu entdecken keine Bewegung nichts auffälliges auch kein Geräusch ein ganz leichter Wind ging nicht stark genug um die Zweige der Ulmen zu bewegen unter dem Tintenhimmel hingen ein paar riesige Wolkentiere die Stängel der Binsen und Schilfgräser standen schwarz vor dem fahl silbernen Wasser das den Mondschein spiegelte ich musste an eine große leere Arena denken von Bühnenlicht bestrahlt und die Fichten ringsum waren wie schweigsame erwartungsvolle Zuschauermassen rechts lag der Karpfenhof hin und wieder war hinter einem der beleuchteten Fenster silhouettenhaft eine Gestalt zu sehen bewegte sich wie eine Schattenfigur zu hören war nichts das war eine Stille die fast dröhnte wir gingen am westlichen Seeufer entlang instinktiv steuerte ich die Stelle an an der Judex am Morgen niedergeschlagen worden war natürlich riskierte ich es dabei dass uns in diesem hellen Mondschein jeder Beobachter deutlich sehen konnte falls es einen solchen Beobachter gab rucklacher hielt sich ein dutzend Schritte hinter mir wieder hatte ich das empfinden dass da noch jemand hinter mir war sah ich schon weiße Mäuse hörte ich schon gespenstische Wassermänner hatte mich diese bizarre Atmosphäre am Ende schon angesteckt erst beim Erlendickich tauchte ich seitwärts ins dichtige Strupp ein und tastete mich jetzt rund zwanzig Meter vom Ufer entfernt behutsam vorwärts rucklacher hinter mir begann zu schnaufen wie ein mittleres Nilpferd einmal flatterte etwas vor meinen Füßen auf brach sich schnarrend durch Zweige und Äste strich dann mit klagenden Babyschreien über das Wasser und verlor sich im Licht eine Wildente eine Eule was was war das fragte der Wirt mit leicht hysterischen Wimmern in der Stimme das schlechte Gewissen eines verlogenen Gastwirtes gab ich flüsternd zurück nach ungefähr zehn Minuten hatten wir die kleine Schonung erreicht in der ich am Morgen die geknickten Zweige entdeckt hatte ich signalisierte dem Wirt die Luft anzuhalten damit ich lauschen konnte doch so sehr ich die Ohren spitzte nichts war zu hören ich muss näher ans Ufer ran dachte ich wenn sich im Wasser etwas abspielt kann ich es von hier aus nicht sehen ich flüsterte Grucklacher ins Ohr er solle mir langsam nachkriechen und dann immer das Haus im Auge behalten damit wir es bemerkten falls Judex wieder auf Tournee ging dann schlängelten wir uns an den kleinen Weihnachtsbäumen vorbei zum Ufer und hockten uns gut getarnt von dicken Wollgrasbüscheln im Moos nieder das unangenehm feucht war vom Abendtau warten warten ich war darauf trainiert Grucklacher nicht er wibbelte zuckte und zappelte als hätte eine Hundertschaft Hummeln im Hintern die Zeit verging zäh der Mond wanderte dann sahen wir plötzlich die dunkle Gestalt die langsam ins Wasser wartete zuerst hatte ich es für eine Einbildung gehalten als ich an der Südspitze des Sees ungefähr 80 Meter von uns entfernt ein Schatten aus den tief hängenden Zweigen der Trauerweide löste in der Bewegung erstarrte dann wieder die Stellung änderte endlich ins Licht trat da war ich mir meiner Sache sicher ich stieß Krucklacher an der unterdrückte nur mühsam seinen Schrei die Gestalt vom unwirklichen Licht ins übergroße verzerrt trug zweifellos einen Taucheranzug mit Maske und Schwimmflossen und hatte ein Sauerstoffgerät auf dem Rücken dann wartete sie langsam ins Wasser und ich sah dass sie etwas hinter sich herzog eine Leine ein Kabel ein dünnes Rohr bleiben sie in Deckung wisperte ich ich musste näher ran ich wollte mehr sehen von diesem geheimnisvollen Poseidon der von diesem See genauso magisch angezogen wurde wie die anderen Taucher Zentimeter um Zentimeter robbte ich näher ans Ufer heran achtete nicht auf die harten Gräser die mir ins Gesicht und in die Hände schnitten die Gestalt war jetzt brusttief im Wasser ruderte mit den Händen vorwärts ohne das Wasser zum Platschen zu bringen vollführte dann mit jähem Ruck eine Art Kopfsprung aus dem Stand das die Flossenbeine für den Bruchteil einer Sekunde gen Himmel zeigten und war dann verschwunden behutsam erhob ich mich auf das linke Knie nur der Schilfgürtel war jetzt zwischen mir und dem Wasser ich starrte auf die Stelle an der der Wassermann mit einem kleinen Wirbel lautlos getaucht war und dann strahlte tief unten im Wasser ein milchiges Leuchten auf es musste von einer sehr starken Lampe her rühren wenn der Schein sich so sehr zur Wasseroberfläche hin fortsetzte das sah so zauberhaft aus so aus dem Märchenbuch geklaut ein Wassergeist spukte mit den Nixen des Sees bei einem rauschenden Unterwasserfest um die Wette fehlte nur noch die musikalische Untermalung dazu genau in diesem Augenblick als ich mich langsam erhob um über die Schilfblüten hinwegsehen zu können genau in diesem Augenblick nahm das Märchen ein plötzliches Ende ich spürte die Bewegung rechts neben mir aber da war es schon zu spät der Schlag traf mich trocken und hart direkt hinter dem Ohr und die Engel begannen zu jubilieren Bildfetzen drangen in mich ein wie überdrehte Filmstreifen rasend schnell mit zuckenden Lichtern und grellen Blitzen schrille Pfeiftöne dazwischen der Mond sprang um mich herum war mal oben mal unten rasiermesserscharfe Pflanzen peitschten mir durch das Gesicht undeutlich nahm ich Rufe wahr schreie glaubte den Wassermann auftauchen zu sehen fühlte auch das Fallen war weich fühlte auch dass ich kopfüber ins Wasser stürzte und von wohliger Kühle umflutet war dann geriet ich in Atemnot das Wasser brannte mir in Augen und Nase aber ich war ununterbrochen versucht mich sinken zu lassen weil diese ungeheure Müdigkeit mich lähmte wahrscheinlich war es der Schmerz der dann meine Widerstandskraft mobilisierte in den Lungen staches Spitz ich riss die Arme hoch kriegte wabbelige Pflanzen zu fassen zog daran mit aller Kraft war so voll Zorn und hörte mich selber schreien dann hatte ich den Kopf über Wasser und spuckte einen halben See aus Mund und Nase die Hand die sich mir entgegenstreckte war klein und gehörte Martin Mensch sagte Martin zittrig Mensch ich rutschte torkelte wankte ans Ufer mein Kopf gehörte gar nicht mehr mir und schien groß wie ein Medizinball den Mond sah ich dreifach und die Engel jubilierten noch immer wo wo kommst du denn her hörte ich mich sagen ach gab Martin erschöpfende Antwort ich hatte mich also nicht getäuscht da war uns einer nachgeschlichen und das war Martin gewesen und die Fahrt zum Karpfenhof hatte er vermutlich flach geduckt auf Jonathans Notsitzen mitgemacht Martins Finger glitten sanft über meinen lädierten Schädel das Schwein hat dir vielleicht ein Ding verpasst Mensch wenn ich den in die Finger kriege hast du hast du ihn gesehen fragte ich mit brennender Zunge bei jedem Wort haute mir ein Zwerg mit einem Hammer von innen gegen die Schädeldecke der stand plötzlich neben dir sagte Martin der tauchte einfach aus dem Gebüsch auf und schlug zu so eine gemeine Drecksau und dann ist der Stiften gegangen der Feigling jetzt meine Augen konnten wieder weiter als zwei Meter schauen jetzt sah ich auch Meister Grucklacher mit hilflos ausgebreiteten Händen hinter Martin stehen vermutlich hatte ihn das alles furchtbar verwirrt das war ja auch so blitzartig geschehen und dass da plötzlich auch noch ein Junge auftauchte machte das Maß voll Grucklacher brauchte noch eine geschlagene Schreckminute ehe er mit dünner Stimme fragte tut das weh ach was schnauzte ich ich bin das gewöhnt ich gehe immer so baden so sehr das Sprechen schmerzte ich fragte was nach meinem unvorbereiteten Abgang passiert war Martin antwortete der Knilch der Knilch der dich mit dem Knüppel gehauen hat ist abgezischt wie Niki Lauda quer durch die Schonung und dann ist irgendwo ein Motor angesprungen haben sie ihn erkannt fragte ich Grucklacher konnten sie irgendetwas an ihm erkennen Grucklachers antwort enttäuschend dass der Bursche eine Art Kleiderschrank gewesen wäre das war alles was er zu sagen wusste und der Tau ich brauchte die Frage nicht zu Ende zu sagen wir sahen es alle wie die schwarze Gestalt am entgegengesetzten Ufer aus dem Wasser stieg sich bückte vermutlich um die Flossen abzustreifen und davonrannte es war sinnlos ihm nachzulaufen ich hätte es sowieso nicht geschafft die Übelkeit stieg in mir hoch der Magen hing mir dicht unter dem Kehlkopf ich stachste zum nächsten Baum und kotzte mir die Seele aus dem Hals undeutlich nahm ich dabei wahr wie ein Motorrad aufröhrte Martin sagte Motorrad ziemlich dicke Maschine da wette ich ein Kaugummi gegen zehn Hasenköttel vorhin war das vorhin auch ein Motorrad blubberte ich weiß nicht sagte Martin ich glaube das war was anderes kein Motorrad und kein Auto irgendwas anderes wenn Martin das schon nicht erkannt hatte musste es wirklich etwas seltsames gewesen sein Krucklacher erklärte er hätte keine Ahnung ich hatte auch nichts anderes erwartet mit einem Mal verstand ich Herrn Judex ich wollte mich auch nicht stützen lassen sondern stiefelte steif wie ein Betrunkener der sich nichts anmerken lassen will am Ufer entlang ich denke wir haben jetzt alle unseren Spaß gehabt knurrte ich den Wirt an jetzt machen wir Schluss mit dem Märchenspiel sorgen sie dafür dass ihre komischen Gäste das Haus nicht verlassen bis ich morgen früh wieder hier bin das gilt auch für Judex klar aber wie soll ich denn das ist ihr Bier großer Meister vielleicht hat ihre liebe Schwester einen genialen Einfall wie man es den Werten Gästen schonend beibringen kann dass sie sich gefälligst die Taucherei verkneifen sollen ich will morgen mit den Leutchen reden und zwar Fraktur es wird Zeit dass wir diesen Seemal gut durchrühren um ein paar Rätseln auf die Schliche zu kommen aber was soll ich den Leuten denn sagen Grucklacher tat sich eindeutig schwer ist mir doch egal erzählen sie ihnen hier liefen tollwütige Wildsauen rum oder oder schütten sie ihnen Rizinus in den Schlaftrunk dann haben sie mit sich selbst genug zu tun Martin lachte na das würde ihm schon noch vergehen mit Martin musste ich noch ein verdammt ernst würdchen reden und wenn diese diese naja wenn die wieder kommen was mache ich dann Grucklacher zeigte irgendwohin ich glaube sogar nach oben doch ich wusste ja wen er meinte ich sagte ohne die Lippen zu bewegen weil es dann nicht so arg schmerzte ich schätze die Schläger Truppe hat für diese Nacht genug die kommen nicht wieder klar ich war mir da meiner Sache nicht sicher doch ich hielt nach ihrem hastigen Aufbruch noch einen zweiten Start versuchen würden wie die geflohen waren aber ich war mir in einer anderen Sache sicher dass sie nicht aufgeben würden ihre Hartnäckigkeit ließ eindeutig darauf schließen dass es hier nicht um Kinderspielereien ging ich dachte wenn ihr euch einbildet ihr komischen Vögel dass ihr mich vertrieben habt dann seid ihr falsch gewickelt jetzt geht der Tanz erst wie ich da mit meinen klatschnassen Klamotten stand und meinen Kopf festhielt ich sagte sie haben ja immer noch die Möglichkeit die Polizei zu benachrichtigen wollen sie nicht mit ins Haus kommen fragte Krucklacher sie holen sich ja den Tod ich mag solche Floskeln nicht seine Einladung klang nicht besonders überzeugend danke ich fahre nach Hause wir sehen uns morgen außerdem muss dieser Heldensohn hier ganz schnell ins Bett und vorher müssen wir noch wer wer ist das eigentlich platzte Krucklacher heraus die Frage hatte ihm wohl die ganze Zeit auf der Zunge gelegen sie kennen mich nicht wieder Martin schien empört wir hatten Jonathan erreicht über uns lachte der Vollmond er lachte mich aus keine Frage ich konnte leider nicht mit lachen ein Motorrad mit Flügeln mit dem Morgennebel waren graue Wolkenbänke gekommen ließen große Schatten über das Land wandern gestatteten den Sonnenstrahlen nur kurze Augenblicke darum musste ich ein paar Minuten warten bis das Licht günstig für die Fotos war ich hatte ein Stativ mitgebracht und belichtete lange weil ich Bilder mit viel Schärfe und plastischer Wirkung brauchte dass die Spuren von einem schweren Motorrad stammten stand außer Frage es waren überdeutliche Spuren die ein eigenartiges Reifenprofil zeigten ursprünglich hatte ich zuerst mit den Tauchern im Karpfenhof ein paar raue Takte reden wollen aber dann schien es mir doch sinnvoller zuerst nach den Spuren des Motorrads zu suchen das in der Nacht gelärmt hatte und mit dem der unbekannte Taucher geflüchtet war wer garantierte schon dass nicht irgendein Waldarbeiter Fahrzeug die Abdrücke unkenntlich machte und vielleicht würde dies gar nicht zufällig geschehen Martin dieser schlitzohrige Halunke hatte wie ein ausgekochter Profi gepokert als wir in der Nacht nach Hause gefahren waren seine Taktik verrätst du nicht dass ich heimlich aus dem Fenster gestiegen bin und mich im Fond des Porsche versteckt habe dann verrate ich nichts von er hat ihm wörtlich gesagt wir dürfen du doch nicht mit solchen Aufregungen kommen die macht sich schon genug Sorgen außerdem bist du doch bestimmt nicht daran interessiert dass die ganze Welt Geschichte erfährt wie du baden gegangen bist oder sehe ich das falsch dieser scheinheilige Schurke ich glaube das war ganz schlicht eine Erpressung ich hatte dann als wir in den Rabenhof einfuhren alle Hände voll damit zu tun die freudig verrückte Resi abzulenken damit sie nicht auf Martin aufmerksam wurde denn nun seinen Fluchtweg rückwärts ging und wieder in sein Zimmer kletterte er hatte Stein und Bein geschworen dass er am anderen Morgen ganz bestimmt keine Klassenarbeit zu schreiben hätte Do war natürlich wach geblieben aber es gelang mir mit meinen nassen Klamotten schnell im Badezimmer zu verschwinden Zwar wunderte Do sich dass ich an diesem Morgen unbedingt die Kinder zur Bushaltestelle fahren wollte obwohl sie doch an der Reihe war und sie wunderte sich auch dass ich den Fotokrempel einpackte aber sie sagte nichts und dafür dass Do mich nicht dauernd ausfragt bin ich nachdem mich Jonathan in einer Schneise abgestellt hatte stiefelte ich zum See und beobachtete die Szenerie durch dichtes Himbeergestrüpp kein Boot kein Taucher kein Spaziergänger gut so in der Nacht hatte ich mir die Richtung des Lärms gut gemerkt und schon nach knapp 20 Minuten fand ich die Spur zuerst war sie zu einem ausgefransten Strich verwischt der Fahrer hatte zu heftig Gas gegeben doch nach ungefähr 40 Metern entdeckte ich die ersten astreinen Abdrücke im weichen Waldboden ich musste ein paar Minuten warten bis das Licht günstig war und dann belichtete ich lange später fand ich auch die Kiefer gegen die die Maschine in der Nacht gelehnt war Abschürfungen in der groben Borke Ölspuren auf dem Boden der mit Fußabdrücke aber die gaben nichts her waren nur undeutliche Wischer Zeit für ein lauschiges Gespräch mit den lieben Tauchern als ich gegen 8 15 in die Gaststube trat waren die acht Leutchen allem Anschein nach bereits mit dem Frühstück fertig doch sie hockten steif wie Ölgötzen auf ihren Stühlen rauchten nuckelten an ihren leeren Tassen tuschelten und empfingen mich eindeutig feindselig Krucklacher lehnte am Tresen und starrte sehnsuchtsvoll nach den Schnapsflaschen auf dem Wandregal sein grafisch begabtes Schwesterlein war nicht zu sehen an einem Tisch Frau Doktors Mannschaft demonstrativ mit dem Rücken dagegen rüber zahl Lisegang Team an einem anderen Tisch und euleneugig und zappelig Meister Judex wieder ganz in der Ecke alle saßen in Hemden und Pullovern da von ihren Ausrüstungen war nichts zu sehen anscheinend hatte der Wirt die eifrigen Schatzsucher also erst einmal gestoppt aber hatte er ihnen auch schon reinen Wein eingeschenkt genau das bezweifelte ich guten morgen allerseits rief ich ziemlich laut und mit gespielter Heiterkeit aber die Reaktion war gleich null na auch gut ich bestellte einen Kaffee und ein Schinken Brot und nahm bei Judex am Tisch Platz weil wir doch eigentlich Leidensgenossen waren hatten wir nicht beide ein hübsches Hörnchen verpasst gekriegt Judex hatte eindeutig etwas Mörderisches im Blick das das bildete ich mir nicht ein das war so wahrscheinlich unterstellte er mir dass ich ihm seinen Nibelungenschatz missgönnte es war dann die Aachener Gruppe die das Gespräch in Gang brachte brabbel 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 dann vier Augenpaare die mich fixierten dann strich Lisegang seinen Weihnachtsmann Bart dann blies er seinen Boxer Brustkorb auf dann sagte er wer sind sie eigentlich Luke Lukas ich wohne hier in der Gegend und auf die Gefahr hin dass sie mich jetzt missverstehen ich war mal Hauptkommissar bei der Kripo ich Rucklacher schrie schrill dazwischen er ist hier in der Eifel ziemlich bekannt er er ist ein Schnüffler der sich immer nur um Sachen kümmert die ihn nichts angehen na dass der jetzt solche Operetten quatschte nachdem er mich das war keine zwölf Stunden her um Hilfe angebettelt hatte das schlug doch sozusagen dem Fass die Krone ins Gesicht ich glaube ich bin nicht sonderlich nachtragend aber andererseits bin ich auch nicht scharf darauf mich verarschen zu lassen Rucklacher wollte mich in die Schusslinie bringen als ob ich schuld wäre an seinem behämmerten Schwindel nein nein da konnte mich auch sein flehender Kaninchen Blick nicht erweichen jetzt war der Augenblick gekommen wo man gewissen Leuten den Sand aus den Pupillen wischen musste ich wartete noch den Auftritt des Gummiball Schwesterchens ab sie stellte mir hastig den Kaffee hin knallte das Holzbrettchen mit dem Schinkenbrot und das Besteck auf die Tischplatte und stellte einen Weltrekord im Verschwinden auf wir hören säuselte Sibylle Bayerlein die große beinahe Ärztin Herr Judex kicherte kaum hörbare Warnungen dass ihn niemand von seinen theoretischen Erkenntnissen abbringen könnte dass genau hier der Nibelung Schatz und so weiter klar ich sah Grucklachers flehenden Blick aber ich sagte es trotzdem es gibt keinen Schatz in diesem See die Geschichte von dem Räuber Moritz Triangel ist nichts als eine Erfindung eines mittelmäßig begabten Werbefritzen der seiner Kneipe ein paar Gäste vermitteln wollte Herr Grucklacher hatte die Idee seine Schwester malte das ach so uralte Dokument und die Provinzpresse ist voll auf den Schwindel eingestiegen und ihnen scheint es ähnlich ergangen zu sein das wollte ich ihnen zuerst einmal gesagt haben dass sich da allem Anschein nach etwas interessantes im See verbirgt auf das außer ihnen noch ein unbekannter Mr. X scharf ist haben nicht zuletzt Herr Judex und auch ich am eigenen Leibe zu spüren gekriegt ich schätze jetzt wäre es an der Zeit dass wir langsam die Karten auf den Tisch legen bevor noch ein Unglück geschieht oder sehen sie das anders da fuhren drei Köpfe zu lautstarem Protest gemurmel zusammen dort vier und Herr Judex lächelte überlegen Meister Grucklacher kam sich augenscheinlich reichlich überflüssig vor wenn ich mir diese muskulösen Hirten hier anschaute konnte ich mir seine Bauchschmerzen gut vorstellen ohne dabei meine Fantasie übermäßig zu beanspruchen aber der Herr Wirt hatte es ja nicht anders gewollt und Herr Judex lächelte auch weiterhin überlegen und sein spöttischer Blick verkündete ich weiß was ich weiß Frau Doktors Kameraden schienen eher zu einem Entschluss gekommen zu sein ein blonder Filmstar Typ machte sich zum Sprecher und was geht sie das an nichts gab ich zu warum halten sie sich dann nicht raus kam es von der anderen Crew kein Zweifel ich hatte hier plötzlich so etwas wie Gemeinschaftsgeist gestiftet denn die rivalisierenden Mannschaften rückten offenbar zusammen und machten gemeinsam Front gegen den Störenfried Luke Lukas ich konterte mit einer Gegenfrage was haben sie denn im See entdeckt dass sie noch immer hier sind das geht sie einen feuchten Schmutz an knurrte Rübezahl Liesegang meinen sie Bäuchchen eingefangen und ich denke damit bin ich mittendrin in dieser Affäre und wenn sie alle mal ihre Trotzköpfchen und ihre Enttäuschungen vergessen werden sie begreifen dass mein Gegner auch ihr Gegner ist Sibylle Bayerlein und Rübezahl Liesegang warfen sich abschätzende Blicke zu wortlose Unterhaltung von Häuptling zu Häuptling ich wusste dass sie wusste was er wusste und dass er wusste was sie wusste und dass ich es zumindest ahnte kompliziert ohne Frage sehr kompliziert Frau Doktor hübsch vollbusig unter ihrem weinroten Pullover blitzte mich an ob Herrn Grucklachers Geschichte erfunden ist oder nicht interessiert uns alle schon lange nicht mehr fest steht dass sich am Grund des Waldsees eine Menge Metall befindet das sie verstummte jäh das haben ihnen ihre Metall Detektoren verraten ich verstehe aber sie können so tief nicht tauchen und warten nun auf starke Magneten mit denen sie das Zeug heben können ja und die Mannschaft die am hurtigsten einen hübsch starken Elektromagneten hergeschafft hat hat das Spielchen gewonnen falls ihr die andere Mannschaft nicht den Krieg erklärt und falls unser geheimnisvoller Gegner nicht seine Nase vorn hat oder ich würde an ihrer Schädel ab die Schwellung war ausstellungsreif judex dem ich verschwörerisch partnerschaftlich zublinzelte sah durch mich hindurch wahrscheinlich war er mit Herz und Hirn bei seinem Traum vom Nibelungenschatz schweigen ringsum man wollte Zeit gewinnen eine Denkpause einlegen die Rivalen taxieren der Wirt hatte das Kräftemessen mit den Schnapsflaschen eindeutig verloren ich sah wie er sich ein Cola Glas bis zum Rand mit Wodka füllte sollte das ein Riesenschluck auf die Erleichterung sein dass er so glimpflich davongekommen war was wissen sie denn über diesen angeblichen Gegner fragte Sibylle Bayerlein nichts was hätte ich sonst sagen sollen vielleicht gibt es ihn gar nicht vielleicht haben sie ihn nur erfunden um uns zu irritieren vielleicht sind sie selbst interessiert an dem was da im See liegt dachte ein dünnhaariger Brummbär aus Liesegangs munterer Schallaut sicher antwortete ich das habe ich nur erfunden und den Schlag über den Schädel habe ich mir auch selbst beigebracht ich schlage mir gern über den Schädel wussten sie das nicht ich bin dafür dass sie sich aus dieser Sache raushalten sagte Liesegang gefährlich ruhig in meinen Ohren klang das so Jungs wollen wir uns diesen störenden Knaben nicht mal ordentlich zur Brust nehmen ich biss demonstrativ in mein Schinken Brot nuckelte am Kaffee setzte mein freundlichstes Lächeln auf und säuselte ein klarer Fall von Körperverletzung ich glaube jetzt sollte man wohl allmählich die Polizei anschalten Stühlerücken ich entdeckte in einigen Gesichtern die brutale Frage sollen wir ihn nicht daran hindern dass er die Polizei einschaltet und uns die Tour vermasselt mir wurde plötzlich kalt nein das war kein lustiges Spiel ich sagte ich muss mal schnell telefonieren wenn ich nicht bis zehn Uhr angerufen habe wird meine Frau unseren Anwalt informieren damit der die Polizei herschickt ich schaute mit übertriebener Geste auf meine Uhr höchste Zeit wieder die Gesichter der Sporttaucher sie schienen zu fragen sollen wir ihn ans Telefon lassen keiner hielt mich auf keiner traute sich wahrscheinlich wartete jeder auf die Initiative des anderen wie das üblich ist nur dass es mir diesmal recht war was ging in den Köpfen dieser Leute vor was glaubten sie entdeckt zu haben mal abgesehen von Herrn Judex dem Nibelungen Fan war das Geldgier war das Entdecker Neugier ich ging nicht ans Telefon ich verließ das Haus draußen fiel mir zwar ein dass ich mein verspätetes Frühstück noch nicht bezahlt hatte aber das konnte ich ja nachholen es gab wichtigere Probleme da war zum Beispiel die Spur des unbekannten Motorradfahrers während ich mit schnellen Schritten zu meinem Wagen ging beschäftigte mich die Frage ob Kucklacher so unwissend war oder nur so tat und was war mit seiner Schwester ich wurde aus den beiden nicht schlau flatteriger wind spielte mit den fichten wipfeln ein raubvogel schrie schrill zwei phantomjäger pflügten spuren in den himmel kamillen dufteten angenehm streng ich fuhr zur waldschneise hinauf und verfolgte die motorrad spur immer wieder glaubte ich sie verloren zu haben aber dann entdeckte ich sie doch wieder oder von lehmigem untergrund durchfeuchtet war ich folgte im wagen sitzend der spur im schritt tempo dann erreichte ich die asphaltierte straße aus mit der spurenverfolgung aus nein noch nicht aus denn plötzlich sah ich mitten auf der straße eine schwarze bremsspur als hätte jemand anderthalb pfund reifengummi verschenkt die bremsspur endete in einem schlagloch das von eifrigen straßenmeistern mit teersplitt aufgefüllt worden war deutlich hatten sich die siegel des profils in den teer gegraben als das motorrad zum stehen gekommen war warum ging die spur nicht weiter hatte das motorrad plötzlich flügel bekommen ich stieg aus und strengte meine augen an bis sie zu brennen begannen das konnte doch nicht wahr sein eine spur kann doch nicht einfach aufhören ob der unbekannte sein vehikel einfach unter den arm genommen hat ob er es einfach in nichts aufgelöst hatte einfach einfach quatsch mit soße tatsache war dass ich es nicht begriff warum hier eine spur endete die doch eigentlich weiter gehen musste was war hier passiert während ich meine nase mehr oder weniger auf den Straßen belag gepresst hielt hörte ich auf einmal stimmen es waren eindeutig fröhliche stimmen zwischen hellgrünen obstbäumen entdeckte ich ein langgestrecktes holzhaus das mich ein bisschen an den wilden westen erinnerte auf dem platz davor brannte ein großes feuer junge leute 20 30 sangen hillbilly lieder eine gitarrenspielerin schrubbte ihr instrument als wäre sie darauf aus dass ihr sämtliche saiten um die ohren flögen neugierige blicke weil ich die großkotzigen reden mancher jungen leute bis zu den ohren satt hatte ein paar fingen an zu lachen enkelchen schien aufstehen zu wollen verkniff sich dann aber doch die kraftprobe mit dem lieben opa das war wahrscheinlich auch besser so für ihn henrik gestern abend gegen zehn da habe ich mit marie die würstchen gebraten stellte eine mait in giftgrüne jacke fest günther war auch bei uns hat jemand von euch was gehört oder gesehen günther war ein hellhöriger prachtkerl denn er hatte was gehört sicher sagte er sofort ich habe vom wald her einen ziemlich dicken brummer gehört neunhunderter würde ich mal sagen komisch dass ich eine art panzer gehört habe widersprach die maid was ich gehört habe war garantiert kein motorrad das war ein panzer aber günther ließ sich nicht irritieren erst das motorrad dann der panzer stellte er sachlich fest das geknatter vom motorrad hörte plötzlich auf dann sprang so ein anderer motor an natürlich war es kein panzer aber ein auto war das auch nicht das weiß ich genau hatte nicht martin etwas ähnliches gehört hatte das motorrad am ende gar keine flügel bekommen wie damals der biblische feuerwagen des elias hatten diese jungen leutchen die hier offenbar ein reichlich verlängertes wochenende feierten etwas mit dem spuk am waldsee zu tun das waren so fragen so sehr ich meine augen strapazierte motorräder oder andere vehikel konnte ich nirgends entdecken wir laden sie zum schaschlik essen ein wenn sie uns ein lied singen rief das gitarrenmädchen das hörte sich ganz und gar friedlich an einige lachten andere klatschten auf vorland ich merkte dass ich ein bisschen rot wurde die alte unsicherheit der erwachsenen im kreis junger leute was machten die überhaupt hier ihr glaubt gar nicht was euch erspart bleibt wenn ich nicht singe grinste ich wenn ich im badezimmer la paloma trellere wird im umkreis von hundert kilometern die milch sauer plötzlich erlöste mich eine rotbackige dame mittleren alters die ich vorher nicht bemerkt hatte aus meiner verzwickten lage und sagte dies ist eine schulung für sozialarbeiter falls sie zeit und lust haben können sie gern bei uns bleiben naja grundsätzlich gern aber aber erst möchte ich mein motorrad wieder haben das ist verständlich aber dann suchen sie hier an der falschen stelle stammen sie eigentlich aus dieser gegend mehr oder weniger sagte ich typische erwachsenenantwort stellte ein dürrer typ mit intellektuellen brille fest richtig schön ungenau natürlich hatte er recht aber ich konnte ihm jetzt keine lange rede halten obwohl ich auf einmal lust hatte ein bisschen zu bleiben je mehr ich die atmosphäre hier schnupperte desto mehr erkannte ich mit welchem vorurteil ich mich diesen singenden leuten genähert hatte ich komme gern mal wieder ehrlich aber jetzt habe ich wirklich keine zeit hat jemand gehört ob sich dieses andere fahrzeug in richtung wald oder in richtung gerolstein entfernt hat in richtung gerolstein ganz klar sagte günter das motorrad kam vom wald aber der komische panzer rollte in richtung gerolstein wissen sie das genau er nickte hier kommt so selten mal ein brummer vorbei dass man sich jeden stinker merkt aber gesehen haben sie nichts nein ich konnte ja nicht riechen dass man ihnen den feuerstuhl geklaut hat hoffentlich kriegen sie ihr motorrad wieder opa tönte hendrik das liebe enkelchen ich halte ihnen die daumen melden sie es doch der polizei schlug die gitarristen vor gute idee rief ich über die schulter bin schon unterwegs und das war ich auch bloß dass ich nicht zur polizei wollte das singen setzte wieder ein jemand rief mir nach was ich überhaupt mit meinem motorrad im wald zu suchen hätte ostereier ich weiß nicht ob er mich noch hörte denn da kam ein markerschütterndes getucker näher wurde lauter und lauter erinnerte mich unangenehm an panzergerassel dann bog ein gewaltiger mann sattelschlepper mit langer ladefläche um die kurve hinter dem hang mit apfelbäumen und dröhnte auf den wald zu ich las merkurius transporte ich sportete los und erreichte die straße bevor der wagen heran war der fahrer musste sowieso runterschalten weil die straße hier sehr eng wurde außerdem blockierte jonathan die fahrbahn dann winkte ich ist was fragte der fahrer in das motorgedonner hinein von seinem kopf waren nur der seehund schnauzbart und die karierte sportmütze zu sehen sein bart war ohne zweifel noch imposanter als die bürste die titus unter der nase trägt schuldigung lachte ich den mann fröhlich an fahren sie öfter in diesen wald wieso das hörte sich nicht feindselig an nur neugierig sind sie zum beispiel gestern abend diese straße gefahren kein stück rief er in den lärm hinein nachmittags bin ich hier gefahren ich hole immer fichtenstämme für die sägemühle aus dem wald gestern abend hatte ich was besseres zu tun er machte die geste des bierglasstämmens wir hatten gestern generalversammlung vom schützenverein warum wollen sie das überhaupt wissen mein hund ist gestern abend hier von dem motorradraudi angefahren worden und da dachte ich dass sie vielleicht etwas gesehen hätten habe ich nicht war es das er wartete meine antwort gar nicht erst ab sondern ließ geräuschvoll die kupplung kommen ich war froh dass ich meine fotos im kasten hatte bei den reifen würde von den motorradspuren nichts übrig bleiben wenn einer zu viel weiß ich hätte es ahnen müssen schon am tor des rabenhofes empfingen mich meine beiden hilfsscheriffs mit verschwörergesichtern martin hatte ohrhuhn seinen türkischen freund mitgebracht ohrhuhns vater arbeitet als chemiker bei der mineralbrunnengesellschaft wenn martin und ohrhuhn ein abenteuer wittern und sie haben nun mal die richtige nase dafür sind sie nicht mehr zu halten ohrhuhn war über alles informiert und hausarbeiten hätten sie so gut wie gar nicht aufgehabt darum durfte ich froh sein zwei ausgesprochen tüchtige helfer zu bekommen martin der satansbraten fügte scheinbar arglos hinzu dass er do bisher nichts verraten hätte also immer noch erpressung ich fügte mich ergeben in mein schicksal was ist denn heute morgen passiert fragte martin wir müssen ja schließlich über den augenblicklichen stand der ermittlungen auf dem laufenden sein fügte ohrhuhn mit ernsten dackelfalten auf der stirn hinzu und gab sich viel mühe in tiefstem bass zu sprechen nur kamen lauter piepser dazwischen heiliger Sherlock Holmes womit habe ich das verdient stöhnte ich in mich hinein ja dann berichtete ich über den vormittag erzählte alles was ich wusste und fragte ob meine großartigen mitarbeiter nun zufrieden wären aber was mag denn da bloß drin liegen in dem verdammten see fragte martin hast du keine theorie nein herr kollege habe ich nicht wenn ich wüsste was für metall da im wasser plätschert wäre der fall vermutlich gelöst musst du dich immer über andere lustig machen fauchte martin mich an sag schon was unternehmen wir jetzt mittagessen wir haben schon gegessen erklärte ohrhuhn nudelauflauf und bonensalat mit frikadellen hat prima geschmeckt er spannte die muskeln wie ein box champion also was sollen wir jetzt machen die filme fielen mir ein falls die herren kollegen auch mit innendienst einverstanden sind würde ich ein bisschen laborarbeit vorschlagen martin fletschte die zähne aber als ich ihm das fotozeug aus dem wagenfenster reichte und sagte dass ich erstklassige vergrößerungen erwartete kriegte er strahlende weihnachtsbaum augen und machte sich mit ohrhuhn an die arbeit hoffentlich war er von den bildern nicht enttäuscht wahrscheinlich erwarteten die beiden epochemachende enthüllungen auf den filmen von den reifen abdrücken ich aß irgendetwas lauwarmes ohne richtigen appetit do und renate waren ausgeritten ich knipste das radio an um nachrichten zu hören war aber nicht ganz bei der sache die uhr zeigte fast halb drei undeutlich spürte ich dass ich eine beobachtung gemacht hatte deren bedeutung mir nicht klar geworden war etwas war falsch gewesen hatte nicht ins bild gepasst später stürmten die jungen mit einem negativstreifen herein ich suchte minutenlang aus und entschied mich dann für zwei bilder von denen ich abzüge haben wollte wortlos brausten die zwei wieder davon als ich dann die vergrößerungen sah war ich angenehm überrascht sehr deutlich waren die markanten profileindrücke zu erkennen die original maße hatte ich mir im wald notiert jetzt musste ein fachmann her der die dazugehörige motorradmarke vielleicht identifizieren konnte klar ich wusste dass mein denkmodell vermutlich auf wackeligen füßen stand aber irgendetwas musste ich doch versuchen wer sagte mir denn dass der nächtliche motorradfahrer aus der gegend stammte gewiss er hatte sich offenbar ausgekannt und er hatte einen helfer dabei gehabt der mit einem anderen fahrzeug verschwunden war trotzdem konnte er doch auch aus hawaii oder vom nordpol oder zumindest aus köln oder frankfurt stammen oder aus aachen oder aus koblenz bei dem gedanken an den schlagkräftigen helfer des wassermanns begann mein schädel heftig zu brummen die beule war noch immer herrlich dick die kopfhaut ringsherum kam mir ziemlich matschig vor ach luke lukas großer kriminalist ganz schön in die falle gelaufen wie zorn stellte sich ein war diese nuss denn wirklich so hart dass man sie nicht knacken konnte valentin sagte ohrhuhn genau jauchzte martin auf der valentin kriegt bestimmt raus von was für einer maschine solche reifen sein könnten der hat doch ahnung aber ich fahr allein hin klar ich wollte nämlich keinen großen auflauf die presse hatte den unsinn mit dem goldschatz schon genug hochgejubelt und wir schrien die beiden unisono euch lade ich beim karpfenhof ab jemand muss doch die taucher im auge behalten vielleicht hat man denen inzwischen die magneten ran geschafft nicht auszudenken dass die vielleicht den sagenhaften schatz heben und niemand von uns ist zeuge martin legte den kopf schief sein blick fragte meinst du das im ernst oder willst du uns bloß abwimmeln also schön sagte er beobachten wir also können wir endlich fahren wir konnten ich setzte die jungen oben am waldrand ab wo sie mit dem fernglas die ganze szenerie überblicken konnten ohne selbst gesehen zu werden auf dem see war alles ruhig doch als ich das glas justiert hatte entdeckte ich meister judex der am südende im seichten wasser herum wartete und mit irgendwelchen aufzeichnungen beschäftigt war von den anderen tauchern sah ich nur drei figuren vor dem wirtshaus in der sonne sitzen sie hatten biergläser vor sich wo steckten die anderen fehlten nicht auch autos auf dem parkplatz hatten einige von diesen schatzsuchern das spielchen aufgegeben oder waren sie losgefahren um den transport der geräte zu beschleunigen die sie für ihre aktionen brauchten haltet die augen offen sagte ich den jungen und bleibt hier im versteck ist das klar egal was passiert bleibt hier bis ich wiederkomme ich verlasse mich auf euch kannst du auch nickt martin gnädig ohrhuhn hub feierlich die schwurhand unten am see waren ein paar stieglitze eingefallen hatten sich an den braunen quasten der pfeifenputzer rohrkolben festgehakt und ließen sich vom wind schaukeln es sah alles schön und friedlich aus ich legte das glas ins moos und lief zum wagen ich musste erst eine weile suchen bis ich valentin fand er lag unter einem vw-bully das heißt ich entdeckte zunächst nur ein stück von einem öl verschmierten overall mit füßen dran und als auf meinen rufen keine antwort kam zog ich den ganzen valentin mitsamt seinem rollbrett ans tageslicht zu valentin muss ich ein paar worte sagen eigentlich ist er pächter einer tankstelle aber uneigentlich ist er der genialste autoreparierer unter der sonne und er gehört zu den wenigen handwerkern in dieser branche die nicht dauernd neue ersatzteile einbauen ich glaube der schweißt sogar zerbrochene schrauben wieder zusammen darum hat er es ja auch nicht zu großem reichtum gebracht valentin ist von unbestimmbarem alter hat haare von unbestimmbarer farbe und lispelt ein wenig außerdem duzt er alle leute und erwartet dass alle auch zu ihm du sagen hallo luke freute er sich ist dein töff endlich zusammengebrochen soll ich mit der großen uhutube kommen und alles wieder aneinander kleben mach ich sofort glaub ich dir aufs wort alter hexenmeister nein nein jonathan hustet wie immer aus dem letzten loch und läuft wie geschmiert ich möchte eine auskunft von dir ich hielt ihm die fotos vor die nase von was für motorrädern stammen solche abdrücke kannst du mir das verraten ich werde deinen namenstag auch nie wieder vergessen ah der große häuptling ist wieder auf dem kriegsfahrt das schien ihn zu belustigen valentin fummelte eine ungeheuer verschmierte brille aus seiner latztasche setzte sie auf schaute eine minute lang das erste foto an warf einen flüchtigen blick auf das zweite stellte dann sachlich fest gut hierpneusch extra griffiges profil nur vor geländerer lies mehr kann ich dazu nicht sagen tut mir leid ich war ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich hatte ich mir im unterbewusstsein eingebildet mit diesen fotos so etwas wie einen schlüssel gefunden zu haben aber für welche maschinen braucht man solche reifen valentin nahm die brille vom gesicht und stopfte sie mit seinen ölschwarzen fingern in die tasche zurück die sind für alle schweren motorräder passend yamaha kawasaki honda bmw was weiß ich du müsstest halt rausfinden wer aus unserem netten städtchen zu fraglichen zeit mit seiner maschine darum gejagt ist wo du die fotos geschossen hast darum geht es doch oder irre ich mich ich sagte ihm dass er sich nicht irrte aber valentin hatte noch einen heißen tipp für mich red doch mal mit dem jungen röschalt der ist hier der boss vom motorradclub arrangiert geschicklichkeitsfahrten und orientierungsläufe und so vielleicht kann der dir mehr sagen röschalt wo wohnt denn der was du kennst die röschalts nicht mann luke lebst du hinterm mond die röschalts sind ganz große nummern hier transportunternehmen mercurius sagt er das etwa auch nichts das sind die röschalts und rolf röschalt ist der juniorchef mir liefen plötzlich ein paar filmer mit rasender geschwindigkeit durch die hirnwindungen eins und eins waren noch nicht zwei aber immerhin schon anderthalb du valentin bist du auch im schützenverein na ehrensache warf valentin sich stolz in die brust wie war es denn gestern bei einer generalversammlung viel gesoffen generalversammlung valentin starrte mich an als wäre ich ein quergestreifter osterhase spinnst du wir hätten doch keine generalversammlung kann man mal sehen grinste ich was so alles geredet wird na mach's gut olle autofrisierer als ich die werkhalle verließ keuchte ein abschleppwagen mit den resten eines ford cabri an da hatte valentin ja wieder was zum spielen der weiße eingeschossige bau des mercurius unternehmens liegt am westende des städtchens über die gesamte kunststoff fassade zieht sich die schrift mercurius transport unternehmen florian röhrscheid und sohn größer geht's wirklich nicht auf dem aschenplatz gegenüber parkten ein paar laster unterschiedlicher größe und zwei sattelschlepper ich sah auch eine handvoll pkw die offenbar angestellten gehörten eine adrette n30erin in schokoladenbraunem dress der ein bisschen nach uniform aussah und zum anstrich der firmenfahrzeuge passte hockte im empfangsglaskäfig stoppte ihre flinken schreibmaschinenfinger und fragte mich mit trainierter freundlichkeitsstimme nach meinem begehr ich möchte gern herrn röhrscheid junior sprechen in welcher angelegenheit wie ist der name sind sie vorgemerkt für heute schnarrte sie freundlich die angelegenheit wollte ich ihr nicht sagen den namen verriet ich ihr und vorgemerkt war ich nicht sind sie vorgemerkt was für eine schlimme frage die dame entschied nach einigem zögern dass sie herrn rolf röhrscheid fragen könne ob er zu sprechen sei und dann tat sie es auch mit hilfe ihrer gegensprechanlage rolf röhrscheids stimme war entschieden unfreundlicher als ihre aber ein paar minuten zeit hatte er trotzdem übrig ich hätte mich auch so schnell nicht abwimmeln lassen ich wurde durch einen hellen flur mit cremefarbe an den wänden und schokoladenbraunem fußbodenbelag aus flauschigem material geführt und hörte meine eigenen schritte nicht hinter den milchglastüren huschten gestalten undeutlich und schnell buchungsmaschinen hämmerten staccato eine herrische stimme brüllte befehle ich tippte auf röhrscheid senior und stellte ihn mir als tigarre rauchenden picknicker mit glatze und hochrotem gesicht vor einen dicken siegelring am finger am ende des ganges befand sich das büro des juniors als ich eintrat war ich überrascht von der kargen ausstattung des raumes kleiner allerwelts schreibtisch drehstuhl aktenschrank mit plastikrollo winziges tischchen mit einem winzigen blumenwäschen drauf zwei winzige stahlrohrsässchen daneben der junior war allerdings imposanter als ein arbeitsstübchen als er aufstand sah ich dass er rund 1,90 maß athletisch gebaut war und einen maßgeschneiderten flanellanzug mit dunkelblauer weste trug das helle grau des anzugs kontrastierte mit dem blau-schwarzen haar und das war wohl von einem herrenschneider so geplant worden in rolf röhrscheids gesicht war gleichgültigkeit zu lesen sein alter schätzte ich auf etwa 28 jahre er deutete auf einen der winzigen stühle die schokoladenfarbige dame entschwand rolf röhrscheid nahm wieder hinter seinem schreibtisch platz und fragte überlaut in welcher angelegenheit ich ihn zu sprechen wünschte ich möchte sie in ihrer eigenschaft als vorsitzender des motorradclubs sprechen ach sie wollen mitglied werden fragte er spöttisch eigentlich nicht gab ich zurück und legte ihm die fotos auf die erstaunlich leere schreibtischplatte würden sie sich bitte mal diese bilder ansehen sein gesicht verriet nichts wohl aber seine hände ich hatte in meinen jahren bei der kripo erfahren dass die hände meist verräterischer sind als die gesichter irgendetwas schien ihn zu irritieren reifenabdrücke sagte er und können sie mir sagen ob jemand aus ihrem club eine maschine mit solchen reifen fährt wie komme ich denn dazu was soll das überhaupt in welcher funktion stellen sie überhaupt solche nachforschungen an in der funktion eines bürgers der im wald von den komplizen eines motorradfahrers eins über den schädel bekommen hat und das ganz und gar nicht komisch findet ich will wissen wer der motorradfahrer war ich will wissen wer der schläger war und ich bitte sie um ihre hilfe herr röhrscheid sie machen mir vielleicht spaß schnauzte er noch immer überlaut sie werden also von ein paar rockern am waldsee zusammengeschlagen und unterstellen dass es leute unseres clubs waren kapieren sie nicht dass es eine unverschämte unterstellung ist wir sind sportler das eine schließt das andere nicht aus gab ich zu bedenken und zeigte auf die fotos was ist mit den bildern was soll damit sein schworen von motorradreifen von ganz normalen motorradreifen mit solchen reifen fahren tausende von maschinen rum und sie bilden sich ein anhand dieser fotos jemanden überführen zu können sie lesen zu viele kriminalromane her kojak lächerlich sie müssen das einmal von meiner warte aussehen sagte ich und gab mir alle mühe dabei wie ein doofmann auszusehen wenn ich zur polizei gehe und anzeige gegen unbekannt erstatte lachen die mich doch bloß aus das nehmen die beamten zu den akten und damit hat sich's darum möchte ich ganz gern mit ein paar konkreten hinweisen bei der polizei antanzen röhrscheid junior blies sich mächtig auf aber diese schnüffelei diese gespitzelung diese unterstellung das leute unseres klubs also wissen sie was das ist was sie da veranstalten nein sagte ich aber sie werden es mir sicher verraten amtsanmaßung das ist amtsanmaßung ich hätte nicht übel lust bei der polizei anzurufen um sie aus diesem haus entfernen zu lassen sie wer hindert sie denn daran lächelte ich freundlich das brachte ihn vollends auf die palme aber dann machte irgendetwas klick klick in seinem hirn da ging eine plötzliche veränderung vor wissen sie sagte er und legte seine pranken auf die schreibtischplatte ich kann sie ja verstehen wenn ich mir vorstelle dass mir so etwas geschehen wäre vielleicht ist ihr plan gar nicht so schlecht nach den passenden reifen zu diesen abdrücken zu suchen nur dass ich ihnen leider nicht helfen kann und wenn sie bis morgen nichts entdecken können sie ja immer noch die anzeige gegen unbekannt erstatten ich meine für alle fälle naja mummelte ich aber im wald würde ich mich nachts nicht rumtreiben schon gar nicht in der gegend des waldsees hier gibt es eine üble rockerbande die kerle schrecken vor nichts zurück na sie haben das ja am eigenen leib erfahren neulich haben diese ganoven uns bei unserer frühjahrsrallye gestört regelrechte Schlägereien hat es gegeben mit Verletzten ich tat sehr beeindruckt und nahm die Fotos wieder an mich ich hatte gehofft von ihnen einen Tipp zu bekommen Herr Röhrscheid ich wollte sie und die Leute ihres Clubs keinesfalls beleidigen also dann ich stand auf er stand nicht auf ich fühlte seinen Blick im Nacken das Schokoladenmädchen nickte mir einen artigen Abschiedsgruß nach ich gab Jonathan die Sporen und fuhr zur Polizeistation dort hatte ich mit Hauptwachtmeister Cravel ein sehr langes Gespräch weil wir uns schon länger kannten konnten wir auch sofort zur Sache kommen Cravel schaltete auch die Kribu der Kreisstadt ein abgrundtief seufzend übernahm er es auch nachzuforschen wo sich jemand der hier wohnte eine Taucherausrüstung beschaffen konnte Martin und Ohrhuhn schimpften wie die Rohrspatzen weil ich sie so lange hatte warten lassen sie mussten nämlich loswerden was sie bei ihrem Gespräch mit dem Revierförster erfahren hatten also fing Martin an du schlägst der Länge nach hin wenn ich dir verrate dass Ohrhuhn fuhr dazwischen hier in der Gegend gibt es nämlich überhaupt eben das wollte ich doch gerade sagen hier gibt es keine Sägemühle und der Förster hat gesagt wenn er wenn er den Heini in die Finger kriegt der schon zweimal mit einem dicken Brummer in den Wald gefahren ist obwohl das streng verboten ist dann dann will er ihn zu Sau machen und anzeigen will er denen weil der richtig gehenden Flurschaden angerichtet hat und und wegen der Tiere und weil der Wald keine Autobahn wäre dann wieder Martin er hat auch gesagt dass das Nadelholz hier nur im Winter abgefahren wird und für die Papierindustrie bestimmt ist die zwei schauten mich erwartungsvoll an sollte ich ihnen den Spaß verderben und erklären dass mir in der Zwischenzeit längst ein Weihnachtsbaum aufgegangen war ich sagte klasse das bringt uns ein entscheidendes Stück weiter jetzt haben wir einen doppelten Beweis mir war nämlich bereits aufgefallen dass mit dem seltsamen Holzfahrer was nicht stimmte aber nun haben wir es sozusagen schüttelfest gute Arbeit und was ist mit den Tauchern? Ohrhuhn hielt mir ein Fernglas hin die haben sich inzwischen alle verbrüdert und ein Lastwagen hat unten am Wurzhaus eine Masse Geräte abgeladen ja ich konnte die sieben Figuren sehen die auf dem Platz vor dem See damit beschäftigt waren ein Gestänge zusammenzuschrauben wie bunte Ameisen wirkten sie von hier oben Meister Judex war nicht bei ihnen wo steckte er bloß? Kommt sagte ich wir müssen mit den Tauchern reden Ein Wassermann funkt SOS in der Gaststube herrschte eine Stimmung die vermutlich für die Stromversorgung einer mittelgroßen Stadt ausgereicht hätte die Taucher überrascht von der neuen Situation starrten wütend Löcher in die Wände nur die Fastärztin bemühte sich die Enttäuschung mit einer Prise Humor zu würzen es war ja auch ein reichlich harter Schlag dass sie nun kurz vor dem vermeintlichen Erfolg zurückgepfiffen wurden war all die Mühe umsonst gewesen? Anstrengung zeitlicher und finanzieller Aufwand Hoffnungen Zukunftsträume plötzlich alles für die Katz weggepustet die Illusion von dem Goldschatz eigentlich waren es Hoffnungen in zwei Anläufen gewesen zuerst waren die Taucher Grucklacher auf den Leim gegangen Moritz Trianges Goldschatz die Beute der Wegelagerer nein die lag also nicht auf dem Grund des Sees doch schlugen nicht die Metalldetektoren trotzdem unentwegt an? hatte man sich nicht teure Geräte kommen lassen um die geheimnisvollen Schätze gemeinsam zu heben? und das sollte jetzt alles wie ein buntes Seifenblasen gesprudelt platzen? Ja was verbarg denn dieser Waldsee eigentlich in seiner dunklen Tiefe? Offenbar wurden die Taucher sich nicht klar darüber wer von uns das Ziel ihres Zorns sein sollte Grucklacher der Wirt der sie mit einem Trick angelockt hatte oder ich weil ich mal wieder meine Nase in Angelegenheiten gesteckt hatte die im Grunde nicht meine waren oder sollte man sich auf den Polizeihauptwachtmeister Kravel einschießen der bei der Tür stand ein Walkie Talkie in der linken Hand eine Kaffeetasse in der rechten ein Beamter in Zivil kam herein sprach ein paar Worte mit Kravel schaute zu mir rüber als wollte er fragen warum sind sie sich eigentlich so sicher dass diese Leute heute Nacht wieder an den See kommen? Zugegeben ich hatte ein unangenehmes Rumoren im Magen sicher war ich mir meiner Sache nicht wieso auch? Nur die Wahrscheinlichkeit sprach dafür doch da war noch etwas anderes als ich Martin und Ohrhuhn am Abend nach Hause fahren sollte waren die zwei Knallfrösche plötzlich verschwunden klar sie wollten beim Endspurt dabei sein ich hängte mich also ans Telefon und ließ mir von Do allerlei Vorwürfe und von Ohrhuhns Eltern allerlei Sorgen ins Ohr blasen sie hatten ja alle recht aber ich konnte die Jungen nicht aus dem Zylinder zaubern 22 Uhr 16 wo Judex Plus steckte ja die Spannung knisterte und war kaum noch zu steigern und das miese Gefühl in meiner Magengegend ließ auch nicht nach ich fühlte wie auch meine Nerven ins Flattern gerieten es musste langsam etwas geschehen die Gummiballschwester schleppte ein Riesentablett mit Teegläsern und Rumpfläschchen herein ihre Hände zitterten und das Geschirr klingelte ich fragte haben sie vorhin telefoniert? ich? wieso? ich? nein ihr ohnehin schon rotes Gesicht wurde noch dunkler natürlich hatte sie telefoniert der Wirt starrte mich verständnislos an dann entstand Bewegung Cravets Sprechfunkgerät quäkte los vor dem Haus rannten Beamte herum ich hörte knappe Befehle und halblaute Rufe Cravel sagte heiser der Wagen hat den Waldrand erreicht dass bloß keiner von Ihnen aus der Rolle fällt rief ich es hörte sich schärfer an als ich es gemeint hatte aber die Erregung hatte auch mich gepackt wir spielten ein gewagtes Spiel das wusste ich kommen Sie forderte der Hauptwachtmeister mich auf wir gingen nach draußen der Kripoman bestätigte dass alles nach Plan lief aber wo steckten Martin und Ohrhuhn der See lag bewegungslos im Mondlicht die Bäume warfen lange Schatten auf die bleigraue Fläche Nachtvögel kreischten und dann vernahm ich das ferne Brummen eines starken Motors haben alle ihre Plätze eingenommen? fragte ich sicher doch erklärte der Kriminalbeamte sie mussten in panischer Angst sein dass sie mit dem Sattelschlepper bis dicht an den See fuhren wahrscheinlich ging es auch gar nicht anders denn die Seilwinde und das Kabel für den Magneten waren sonst wohl nicht lang genug für die Tiefe des Waldsees die zwei Gestalten nur einer im Taucheranzug schienen fieberhaft zu arbeiten das Nachtglas rückte sie nah heran eine spukige Bühne mit gespenstischen Spielern dann stockte mir der Atem als ich das Glas zu den Schilfbänken an der Westseite des Sees wendete entdeckte ich zwei Köpfe und die gehörten Ohrhuhn und Martin sie hielten etwas die zwei was ich nicht erkennen konnte doch ich ahnte dass es Martins Kamera war mir brach am ganzen Körper der Schweiß aus der Mann im Taucheranzug stagste jetzt ins Wasser anscheinend ich konnte das trotz des hellen Mondlichts auf die Entfernung nicht erkennen zog er etwas hinter sich her vermutlich ging es darum dass er den Magneten an die richtigen Stellen leitete die er in den Nächten vorher sondiert hatte und das was er aus dem Wasser zu ziehen hatte musste draußen sein bevor die Vereinigte Tauchermannschaft ihrerseits fündig wurde nur dass es sich wohl nicht um einen Goldschatz handelte ein heller Fleck im Wasser markierte die Stelle wo der Taucher ins tiefe Wasser geglitten war dann strahlte die starke Lampe wieder auf deren Schein bis hoch an die Oberfläche drang von der Winde auf dem Wagen rollte anscheinend das Kabel in hohem Tempo ab neben mir stand Kruglacher er hatte sich an meinem Oberarm festgekrallt und starrte wie gebannt auf den See hinaus auch die Taucher waren aus dem Haus gekommen hoffentlich blieben sie im Schatten des Hauses dann vielleicht eine starke Minute später sahen wir wie etwas an die Oberfläche des Sees glitt es blitzte silbern auf tanzte auf dem Wasser und wurde an Land gezogen ich hörte den Atem der Leute um mich herum Kravel wisperte wieder in sein Sprechfunkgerät wir hörten das leise Singen der Winde auf der anderen Seite des Sees plötzlich spürte ich dass etwas Unvorhergesehenes geschehen war der Mann beim Sattelschlepper zerrte an einer Leine herum legte anscheinend sein ganzes Körpergewicht hinein stemmte die Beine in den weichen Grund rutschte da ist was passiert hörte ich den Kripo-Mann flüstern das Licht unter Wasser erlosch um dann rhythmisch aufzublinken das waren Zeichen kurz 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 lang 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 kurz 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 kein Zweifel der Wassermann funkte SOS er war in Not er braucht Hilfe die Taucher rief ich schnell jemand muss ihm helfen ich sah wie am anderen Seeufer gestalten sich aus dem Dickicht lösten Polizisten unser Räuber und Gendarmspiel hatte eine Wendung genommen die keiner vorausgesehen hatte die Taucher reagierten schnell für solche Fälle waren sie vorbereitet sie rannten nicht alle nach ihren Ausrüstungen sondern halfen alle einem rübezahl Lisegang Aufbietung langer Prozession diese Taucher einen Goldschatz aus dem See zu fischen schöner Goldschatz Martin und Ohrhuhn kamen schuldbewusst geschlichen ich ich hatte alles fotografiert Martin heulte fast da ist mir vor Schreck die Kamera ans Wasser gefallen hier er hielt den Apparat hoch Wasser tropfte heraus dann kannst du ja in Zukunft das Ding als Aquarium verwenden fauchte ich und wenn ihr jetzt nicht ganz in meiner Nähe bleibt und Herr genau das tut was ich euch sage schmeiße ich euch achtkantig und den hohen Bogen ins Wasser ihr Gurken Gott war ich froh dass den beiden nichts passiert war wir hatten einen super lichtempfindlichen Film eingelegt hauchte Ohrhuhn mit Büßerstimme in der hell erleuchteten Diele lachte ich den Sattelschlepper Fahrer böse an na mal wieder eine Ladung Fichtenstämme für die Sägemühle gefahren ich hab gar nichts damit zu tun kreischte er zwei stämmige Polizisten hatten ihn liebevoll zwischen sich genommen ich weiß sagte ich unschuldig wie ein Lamm wahrscheinlich wollten sie bloß mal ihren Regenwurm im Mondschein schwimmen lassen wie Mann sie stecken bis zum Hals mit drin nein ich ich hörte nicht mehr hin wenn ich an meinen Schädel dachte hatte ich viel Mühe meine Hände bei mir zu halten am liebsten hätte ich dem Knaben ein paar Hände die Löffel gehauen aber hier ging es nicht um meine persönlichen Wehwehchen wie ging es um Giftmüll um ein Verbrechen an der Gesellschaft Rolf Röhrscheid hockte benommen auf einem Stuhl mitten im Raum Sibylle Beyerlein hatte ihm das verletzte Bein verbunden allem Anschein nach hatten die Kettenglieder sich tief in die Wade eingefräst der Krankenwagen war angefordert der Junior keuchte schwer sicher hatte er starke Schmerzen wie wie haben sie das rausgekriegt fragte er leise und sah mich mit einem Blick an den ich nicht zu deuten wusste fast kam es mir so vor als ob er froh war dass nun alles vorbei war auch er war wohl mit seinen Nerven am Ende die Angst der vergangenen Tage und die Angst der letzten Viertelstunde waren nicht spurlos an ihm vorbeigegangen erschöpft legte er den Kopf in die Handflächen so schwer war das gar nicht sagte ich wenn man sich die Vorgeschichte zusammenreimte brauchte man für den Rest nicht besonders viel Fantasie es ist eine ziemlich schmutzige Vorgeschichte Herr Röhrscheid der Kripo-Mann der entweder ranghöher oder dienstelter war als der andere der eifrig Notizen machte fragte argwöhnisch was für eine Vorgeschichte die habe ich auch erst am Schluss rausgekriegt sagte ich ich erzähle sie mal so wie ich sie sehe Herr Röhrscheid kann mich ja korrigieren wenn er will ich will nicht sagte der Junior ich fing trotzdem an zu erzählen ich habe heute Nachmittag das Büro von Röhrscheid Junior gesehen ein vergleichsweise ärmliches Stübchen wenn man das piekfeine Verwaltungshaus der Mercurius Transportgesellschaft betrachtet jetzt spekuliere ich mal ein ziemlich autoritärer Vater der seinen Sohn fühlen lassen will wer der Herr im Hause ist ein Junior Chef ohne große Kompetenzen kurz gehalten fast schon gedemütigt und da kommt eines Tages die Anfrage eines Chemiewerkes das gefährlichen Abfall zu beseitigen hat und gern den Schwarzen Peter loswerden möchte wie das ja an diesem bösen Spiel so oft der Fall ist da kommt also diese Anfrage und der Junior wittert seine Chance der Auftrag wird angenommen nein nicht offiziell über die Firma das macht er privat heimlich unter der Hand ein Fahrer der auch Geld brauchen den komplizierten und kostenintensiven Weg zu einer genehmigten Giftmülldeponie sparte man sich und kippte den Metallbehälter einfach heimlich in den Waldsee das merkte ja keiner und es brachte eine Menge rasch verdienter Kröten nur hat es dann doch jemand gemerkt ja ich schaute die Gummiballschwester an die sich am Durchgang zur Küche festhielt und wachsbleich geworden war Hedwig schrie Krucklacher entsetzt und überrascht Hedwig du brauchst nichts zu sagen mir braucht sie sowieso nichts zu sagen der Staatsanwalt wird sie noch genug fragen ich schaute Krucklacher an er tat mir trotz seiner blöden Idee leid sie Herr Krucklacher wussten nichts davon sonst hätten sie den Unsinn mit dem Goldschatz nicht erfunden um Gäste herzulocken aber Röhrscheid hatte einen Mitwisser hier im Haus jemanden der ihn informierte jemanden wohl auch der mit kassierte oder irre ich mich da ich hab's zufällig gesehen stieß Hedwig hervor und wo wir doch in so großen finanziellen schwierigkeiten waren da haben sie schweigegeld verlangt ich verstehe immer dieses gottverdammte geld ja auch sie hatte sich verführen lassen zu einem verbrechen zu schweigen oder hatte sie gar nicht begriffen welche Gefahr diese Zionit Abfälle bedeuteten und dann fragte Hauptwachtmeister Kravelheiser kein Mensch krähte zunächst nach dem bösen Geheimnis dieses Sees ich sah Martins Gesicht und wusste was er dachte seit wann krähen Menschen ein friedlicher See im Wald von dem Gift wäre vorerst vermutlich nichts bemerkt worden doch dann hatte Herr Krucklacher eben seine Schnapsidee seine Schwester spielte mit zum einen durfte sie ihrem Bruder ja nichts von dem was sie wusste verraten zum anderen dachte sie vermutlich dass diese Gold Schatz Taucherei mehr oder weniger ein Juck sein würde von Metall Detektoren hat sie wahrscheinlich keine Ahnung und dann bei der Tiefe des Sees aber dann wurde es brenzlig die Herren Schatzsucher ich grinste Frau Bayerlein an und die Dame Schatzsucher hatten einschlägige Erfahrungen und gingen die Sache profihaft an Gefahr also und unsere Mitwisserin informierte also Herrn Röhrscheid Quatsch rief der Junior ich will meinen Anwalt sprechen tönte der Fahrer ich redete weiter zwei Dinge waren jetzt wichtig die Taucher mussten behindert werden und die Metallbehälter mussten schnell aus dem See entfernt werden beides war schwierig mit diesen seltsamen Behinderungs Versuchen haben Herr Judex und ich ja einschlägige Erfahrungen gemacht Pech nur für Herrn Röhrscheid und seinen Vasallen dass die Taucher sich nicht vertreiben ließen denn das andere war noch komplizierter die Behälter waren vermutlich unter Wasser unter Wasser gewandert und mussten erst geortet werden unser Wassermann tauchte also mit der Magnetsonde und fand die Fässer auch Quatsch wiederholte Röhrscheid mechanisch wir wissen inzwischen sogar wann und wo sie ihren Tauchadress gekauft haben Herr Röhrscheid also führen sie sich nicht so kindisch auf und weil sie als Neuling in diesem Metier noch keine Erfahrung hatten sind sie ja vorhin auch in Lebensgefahr geraten nur Spinner tauchen allein murmelte Liesegang pff machte Judex böse berichten sie weiter forderte der Kripo-Mann mich auf es ist ja eine tolle Geschichte es war inzwischen ein Wettlauf mit der Zeit Herr Röhrscheid konnte ja nur im Dunkeln an den See heran und das machte es besonders schwierig heute morgen kam ich hierher und redete ein offenes Wort mit diesen sah auch meine Fotokamera weil sie dachte und das war ganz schön clever von ihr ich würde mich daran machen die reifenspuren des Motorrads zu fotografieren rief sie Herrn Röhrscheid an und der schickte schnell den Sattelschlepper zum Spurenverwischen allerdings kam der zu spät ich hatte die Fotos schon gemacht bevor ich zum Karpfenhof kam darum war der Einsatz des schweren Wagens vergebliche Liebesmüh genau wie die Lüge des Pfarrers der angeblich Stangenholz für die Sägemühle holen sollte und das auch am Tag vorher schon getan hatte ebenfalls angeblich aber das stimmte nun mal nicht nach Aussage des Försters werden von hier nur im Winter Fichtenstämme gefällt und abgefahren und zwar für die Papierindustrie das haben meine Hilfskräfte ermittelt ich grinste zu Martin und Ohrhuhn hinüber Alle Blicke waren auf sie gerichtet Mir war noch was aufgefallen obwohl ich es erst später bewusst registrierte Die Ladefläche des Sattelschleppers war ganz sauber Wenn da am Vortag Fichtenstämme drauf gewesen wären hätte man es gesehen Der Kriminalbeamte im Kordanzug der die ganze Zeit Notizen gemacht hatte fragte Eins verstehe ich nicht Warum sind denn Herr Rörscheid und sein Komplize in den vorigen Nächten sowohl mit einem schweren Wagen als auch mit einem Motorrad an den See gefahren Wollen Sie es erklären fragte ich Rörscheid Er wollte nicht Der Fahrer wollte auch nicht Ich habe da auch ein paar Schwierigkeiten gehabt sagte ich Zumal ich im Wald eine Motorrad Spur verfolgt habe die sich plötzlich in nichts auflöste Ich denke mir das so Erst als die Behälter geortet waren mussten die beiden mit dem Sattelschlepper und der Winde an den See herren Mit seinem Geländemotorrad war Rörscheid als erfahrener Rallyefahrer viel wendiger und schneller und verminderte so das Risiko Aber wieso dann der Sattelschlepper fragte Cravel Weil Rörscheid im Ort bekannt ist Weil seine schwere Maschine vor allem von jungen Leuten überall gehört wird Und weil es ja nicht gerade an der Tagesordnung oder besser Nachtordnung ist wenn jemand im Taucheranzug durch die Stadt braust Der Sattelschlepper wartete am Waldrand und Rörscheid fuhr einfach auf die heruntergelassene Heckrampe rauf und verschwand auf der Ladefläche ganz einfach Und wie haben sie das alles rausgekriegt staunte Sibylle Bayerlein und war zur Abwechslung mal nicht giftig zu mir Wie üblich die eine Hälfte Arbeit die andere Hälfte Glück Als ich konnte der mir zwar sagen dass die Spuren vermutlich von Godier Reifen stammten die man bei Motorrad Geländefahrten aufzieht aber er riet mir den absoluten Fachmann am Ort zu fragen Rolf Röhrscheid den Boss des Motorrad Klubs Weil ich nicht an Zufälle glaube begann ich eins und eins endlich zusammen zu zählen Ein geheimnisvoller Motorradfahrer mit Rallye Pneus ein Tieflader der Firma Mercurius am Waldrand ja und dann ein Motorrad besessener Junior Chef der mir nicht einmal sagen konnte dass dies besondere Reifen für Querfeldeinfahrten waren eine plumpe Lüge Herr Röhrscheid lächerlich versuchte der Junior zu lachen durch den Verband an seinem Unterschenkel sickerte Blut ich fragte mich ob er sich wohl bei den beiden die ihn aus dem Wasser geholt hatten bedankt hatte lächerlich waren ihre Ablenkungsversuche Herr Röhrscheid sie wollten mir irgendwelche unbekannten Rocker als Buhmänner servieren im Zweifelsfall sind sie immer die Rocker nicht wahr ja ja die bösen Rocker im Wald sie wollten mir sogar einreden die hätten mich niedergeschlagen und nicht ihr lieber Helfer sie haben mich auch eindringlich vor dieser Nacht gewarnt weil sie nicht schon wieder gestört werden wollten immer die genug dass sie als Gesetzesbrecher die gleiche Tour versuchen ist besonders böse dabei haben sie sich in ihrem Büro heute Nachmittag so überheblich aufgeführt dass es geradezu zum lachen war erinnern sie sich ich hatte ihnen nur gesagt dass ich niedergeschlagen worden war den Waldsee hatte ich mit keinem Wort erwähnt aber sie sagten wörtlich sie werden also von ein paar Rockern am Waldsee zusammengeschlagen und unterstellen dass es Leute unseres Clubs waren hübsch nicht sie haben den Waldsee zuerst erwähnt sie fragten mich auch nicht weiter wie ich wann und wo niedergeschlagen worden war wie es jeder andere vermutlich gefragt hätte sie wussten ja alles ihr schlagkräftiger Gorilla wird ihnen wohl alles bis ins kleinste berichtet haben ja ich habe nichts damit zu tun schrie der Fahrer wo bleibt mein Anwalt drollig war das auch wie sie mir plötzlich zustimmten mir einreden wollten dass es eine prima Idee wäre weiter nach den passenden Reifen zu den Spuren zu suchen obwohl sie mich vorher deswegen zum Trottel abgestempelt hatten aber sie mussten ja Zeit gewinnen sie brauchten ja die Nacht noch unbedingt ich sollte noch nicht zur Polizei gehen ich schaute Krucklachers Schwester an aber sie starrte zur Decke dann bekamen sie von ihrer Informantin die Nachricht dass die Taucher inzwischen ebenfalls über einen Elektromagneten verfügten und da spätestens war ihnen ohnehin klar dass es in dieser Nacht um die Wurst ging und so war es ja wohl auch ich hatte zu viel geredet mir kam das alles unwirklich und absurd vor ich ahnte wie es weitergehen würde langwierige hinhalte Gefechte der Rechtsanwälte sämtlicher Parteien das Schlafwagensystem der Behördenapparate eine Auftragsfirma die natürlich von nichts gewusst hatte jetzt war die Polizei an der Reihe ich war kein Polizeibeamter mehr die Feuerwehr würde die Kanister mit dem Giftmüll bergen die scheinbar heile Welt am Waldsee würde in Unordnung geraten das Leben beim Karpfenhof würde sich verändern und ich suche trotzdem nach dem Nibelungenschatz weiter hörte ich Judex schrill rufen nein manche lernen es nie und die Gier mancher Zeitgenossen kennt keine Grenzen Bremsen quietschten vor dem Haus der Krankenwagen war gekommen auch die Polizisten gerieten in Bewegung der Sattelschlepper Fahrer dessen Name ich nicht einmal wusste warf mir einen hasserfüllten Blick zu als er hinausgeführt wurde ein Kripomann verschwand mit Kruglachers Schwester in der Küche um ihre Aussage zu protokollieren dann geschah etwas Umwerfendes ohne dass einer das Kommando gegeben hätte packten die Taucher plötzlich den Wirt stemmten ihn hoch liefen mit ihm zum See und warfen ihn eins zwei jetzt in hohem Bogen ins Wasser Martin und Ohrhuhn kriegten sich vor Lachen nicht ein als er reichlich durchgeweicht ans Ufer kroch ich fand es nicht so lustig hatten sich nicht auch andere lächerlich benommen waren nicht auch andere schuldig geworden fast Mitternacht ich hatte keine Lust mich von irgendwem zu verabschieden auch nicht von Grucklacher der mich erst um Hilfe gebeten hatte als ihm die Fälle davon schwammen diese seltsamen Leute ich kurbelte das Fenster runter und atmete die kühle Waldluft ein der Wald war still ich fuhr ganz langsam und Jonathan brummelte leise Falter tanzten in den Lichtkegeln von Martin und Ohrhuhn im Duett ich freute mich auf die Ruhe des Rabenhofs wieder einmal und wann würde ich die alte Unruhe wieder spüren luk Lukas der nicht genau wusste was er wollte